Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Video, nein Livestream hier auf Linux Guides Admin unter anderem auf YouTube und ich bin wie immer nicht alleine da, hallo Hauke. Hallo Jean, Grüße aus dem Norden in den Süden und natürlich an alle die jetzt gerade live zu gucken oder das irgendwann aus der Konserve genießen. Ihr seid alle gegrüßt. Ja, wir beschäftigen uns heute mit grafischen Remote Desktop Protokollen. Es gibt ja schon einige hier, ich sag mal in dem Kosmos und da wollten wir uns mal anschauen, okay gut, wie schneiden wir die im Vergleich ab, welches ist für was vielleicht am besten und was für Protokolle gibt es vielleicht sonst noch, die ihr so erstmal, von denen ihr beispielsweise noch nichts gehört habt und ich meine, da hast du schon so ein bisschen was vorbereitet und von mir aus steigen wir gerne ein oder wollen wir nochmal ganz kurz hier Keylooks und Trucks-Tage? Stimmt, das können wir auch nochmal. Genau, machen wir den Werbeblock wieder am Anfang. Ich würde sagen, fängst du an? Ja, im September sind ja wieder die Kilo Open Source und Linux Tage, nämlich am 19., 20. und 21., sogar schon zum 22. Mal in diesem Jahr und am Donnerstagnachmittag, das ist der 19. starten wir mit dem LPD. Das ist ein Nachmittag, wo wir denn Einsteiger- und Umsteigervorträge haben und dann die beiden weiteren Tage, da gibt es ein volles Programm in mehreren Räumen. Die Vorträge werden üblicherweise auch gestreamt und vor Ort ist es natürlich immer irgendwie netter und wir haben neben den Vorträgen und Workshops, die Workshops, die sind wirklich bloß vor Ort, gibt es noch eine Ausstellung und alles Mögliche drumherum, unter anderem gemeinsames Grillen, gemeinsames Frühstücken, Verlosung und natürlich nette Gespräche auch direkt so untereinander, was man so online eher nicht so toll machen kann. Also kommt gerne vorbei und im Moment sind wir auch noch in der Vorbereitungsphase. Wenn ihr einen Vortrag anbieten möchtet oder einen Workshop oder einen Stand bei uns machen möchtet oder uns so ein bisschen unterstützen möchtet, entweder mit tatkräftiger Unterstützung Dinge schleppen und so weiter oder auch uns sponsoren möchtet, gibt es das natürlich auch im Moment. Ihr könnt gerne auf der Seite Kilox.de mal vorbeigucken, was es da so alles gibt. Ja, ich glaube, damit habe ich es. Super cool. Ja, ich freue mich auf jeden Fall darauf. Bin ja dann da auch am Start. Du natürlich auch. Von daher schaut da gerne vorbei. Ich freue mich schon extrem drauf. Und nach den Linux Tagen sind vor den Linux Tagen, denn am 2. November sind auch die Tux Tage 2024. 24. Hierzu suchen wir auch nach Vorträgen unter anderem. Das Ganze ist komplett online. Ihr könnt euch auch gerne schon den Termin vormerken, damit ihr das auf jeden Fall nicht verpasst. Wird online gestreamt hier auf Linux Guides. Und genau, dann würde ich sagen, sind wir damit eigentlich schon durch. Und es geht in Richtung RDP, VNC, X2Go und haste nicht gesehen. Und da würde ich dir mal so ein bisschen das Wort übergeben heute. Genau, so ein bisschen zum Hintergrund dazu. Also die Videos, die ich für meinen Kanal mache, die befinden sich in mehreren Stadien und ich bereite parallel auch meistens mehrere gleichzeitig vor und dann mal so ein bisschen an dem einen rumpuzzeln, beim anderen mal ein bisschen. Und wenn was so weit fertig ist, dann kommt es in einen speziellen Ordner rein, fertig zur Aufnahme. Und wenn ich denn auf das Thema gerade Bock habe, dann nehme ich das auch auf. Und dieses hier, dieses Fernzugriffsprotokolle im Vergleich, das liegt seit Dezember 2022 da so rum. Und irgendwie hatte ich nicht so wirklich die Motivation dazu, das Ganze aufzunehmen. Und von daher machen wir das denn heute. Also es erhöht so ein bisschen meine Motivation, wenn wir das einfach live zusammen machen. Und das Ganze ist nicht so komplett ausgearbeitet, wie ich das für ein Video machen würde. Da setze ich normalerweise noch deutlich mehr Recherche rein und so weiter und bereite das Ganze auch vor. Aber was ich in der Zeit damals gemacht habe, und ich habe jetzt kurz vorher noch ein paar Sachen ergänzt, ich habe mir mal so grob angeguckt, was es für verschiedene Protokolle gibt. Und das sind bis auf SPICE, das ist ein ganz spezielles Protokoll nochmal, alles Protokolle, die überwiegen, also XPRA für X11, für XORG, das X11-Protokoll sowieso, XDMCP und X2Go, die sind nur für XORG bzw. X11 da. Und dann gibt es noch diese anderen, die mehr oder weniger unabhängig sind. Und SPICE ist nochmal für KVM und QEMO, ganz praktisch, weil man das über Proxmox macht. Ich habe meinen Proxmox-Server aktualisiert, den gucken wir uns auch nochmal ein bisschen an. So, dann, was ich damals schönes gebastelt habe, ist diese Tabelle. Da habe ich mal rausgefummelt, was die einzelnen Protokolle so können, ob die zum Beispiel verschlüsseln können oder ob das direkt einfach so unverschlüsselt übers Netzwerk geschmissen wird. So ein Standard-VNC, das verschlüsselt wohl bloß die Passwörter, gibt aber auch andere Implementationen, wo das Ganze über einen SSH-Tunnel wandelt. Aber erstmal so ist es unverschlüsselt. XDMCP, falls das jemand noch kennt, ist auch unverschlüsselt. SPICE ist verschlüsselt, XBRA und das X11-Protokoll tunnet man üblicherweise auch über SSH, das ist auch verschlüsselt. Naja, dann haben wir hier noch verschiedene Dinge, was die authentifizieren können, wie sie eventuell Inhalte komprimieren. Bei einigen auch, wie das funktioniert, ob die erlauben, dass man dynamisch die Auflösung ändert, wenn man jetzt so einen virtuellen Desktop großzieht, ob der sich anpasst, geht das, geht das nicht. Ob wir eine geteilte Zwischenablage haben, ob wir einen Drucker freigeben können, ob Audio weitergeleitet wird, ob man Dateien freigeben kann. Und ob man so eine Sitzung quasi in den Hintergrund packen kann, also dass man den Client dicht macht und wenn man sich wieder einloggt, ob man dieselbe Sitzung an derselben Stelle wieder fortführen kann. Das sind alles so Eigenarten, die das eine Protokoll vielleicht kann, das andere wiederum nicht. Und genau, das habe ich da mal so rausgepuzzelt. Ja, die Folien, die ich hier jetzt so zeige, die werde ich, ich denke mal, live auch noch so ein bisschen überarbeiten mit den neuen Erkenntnissen, die wir hoffentlich gewinnen werden. Und dann gibt es das Ganze bei mir noch mal im Kanal, da wird das dann auch verlinkt. Und genau, ja. Ich freue mich drauf. Das ist so erstmal der Plan, mal gucken, was da rauskommt. Denn, achso, genau, Vorbereitung, ja, müssen wir mal gucken. Also meine Idee damals war, ich nehme von diesem Blender Movie, irgendwie Sprite, Fright heißt der wohl irgendwie, weiß ich gar nicht mehr genau, welcher von den Filmen das war. Ich kopiere die dann auf die virtuelle Maschine drauf, wo ich drauf zugreifen möchte mit einem Anzeigeprogramm und gucke mal, wie sich das denn so entwickelt. Ob man da drüber guten Film gucken kann, ob das Ganze ruckelt oder nicht. Das war so eine Idee damals, können wir mal gucken, ob wir das denn machen. Ach, okay. Das ist das. Habe ich das gesehen? Hast du den gesehen? Spring war noch? Das mit dem Schaf, ist das Spring? Oder? Ach, das ist das. Du hast, du hast keinen Ton? Ja, ich habe mich verpeilt auszudings. Ja, gut, ich hatte keinen Ton. Ja, ähm, hallo. So, ähm, nee, genau. Es geht, hier ist Sprite, Fright, ne? Das ist der. Ähm, der andere, das war Spring. Ich habe das Gefühl, das sieht nach der sehr ähnlichen Hauptperson aus. Ähm, und den alten aber, den eigentlich sonst jeder kennt mit diesem Hasen und ich weiß nicht, was das andere ist, ne? Der, ähm, das mit dem Hasen hat. Bugs Bunny, oder? Bugs Bunny. 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 Der ist auch klasse. Also, das ist so mein Lieblingsfilm. Der ist auch schon ein bisschen älter, aber ist so das, was mir in, ja, in Erinnerung geblieben ist, sag ich mal, ne? Aber gut, es geht heute um Sprite Fight. Sehr cool. Ähm, also, keine Ahnung, bloß irgendwie was Buntes, was man auch einbinden darf, was sich bewegt und, äh, ja, wo die Lizenz insofern geklärt ist, dass man es auch darf. So, dann, ähm, hab ich mir jetzt einzelne Folien hier schnell nochmal zusammengepuzzelt, was man auf der Serverseite installieren muss für X2Go, das Paket X2Go Server. Das ist auch in einer, äh, Version in Debian 12 drin, die aktuell genug ist. Die haben zwar auch vom X2Go Projekt eigene Pakete für den X2Go Server und auch für den Client, aber das ist gut genug, was in Debian 12 drin ist, sodass man diese externe Paketquelle eigentlich nicht mehr braucht. Dann, genauso wie bei den anderen, RDP hast du wahrscheinlich schon mal verwendet, oder? Mit XRDP oder so? Ja, das, äh, verwende ich, wie wahr? Ja, also wenn, dann verwende ich das, wobei Remote Desktop Protokolle verwende ich selber was nie. Ich mach's nur viel für Kunden, ne, das ist dann so immer das Ding. Also von daher, ich würde sagen, für mich wäre es das am weit verbreiteste, beziehungsweise das vielleicht am einfachsten zum Nutzbaren, vielleicht so. Aber wir schauen, lassen uns mal überraschen, wie so die Ergebnisse sind. Dann, was hab ich noch, äh, VNC gibt es gleich mehrere Implementierungen, äh, Tiger-VNC, äh, Tide-VNC, X11-VNC und eine Reihe von verschiedenen Clients, mit denen man das wohl aufrufen kann. Also, VNC ist noch so ein bisschen graue Vorzeit für mich. Hab ich irgendwann mal benutzt, ist ganz, ganz lange her. Die Verbindungen waren damals nicht so toll und das dauerte halt, bis sich so eine Seite aufgebaut hat. Da konnte man wirklich so die Klötze sehen. Und seitdem hab ich's nicht mehr wirklich benutzt, jedenfalls, äh, obwohl der, ähm, Viewer, der HTML-Viewer von Proxmox, verwendet, glaub ich, auch... Der müsste VNC verwenden, also die meisten, ähm, 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 ja, Hyper-Vise, in Anführungszeichen, die verwenden VNC, wenn du nicht drauf connecten willst. Das hast du auch bei vielen Server-Anbietern so, äh, mit OpenStack, ähm, da kommt jetzt heute oder morgen das Video hier auf Linux-Guides-Admin, ein Riesen-Klopper, ähm, von vorne bis hinten. Gehen wir da mal alles durch. Ähm, das nutzt auch VNC, wenn du dich dann quasi grafisch drauf verbinden möchtest. Also, das ist auf dieser Ebene, glaub ich, schon so ein bisschen der Standard, oder? Also, äh, ja, also mir kommt's eigentlich eher so vor, hat man früher mal irgendwie benutzt, müsste eigentlich jetzt was Besseres geben. Aber vielleicht ist das leicht umzusetzen, dass es da denn irgendwie JavaScript-Sachen schon fertig gibt und so. Ja. So, was haben wir noch? Aber noch? Äh, XDMCP, das ist ein, ähm, Protokoll, was auch zu diesem X11xOrg-Bereich gehört. Der Witz dabei ist eigentlich, dass man nicht schon einen gestarteten Desktop bekommt, sondern dass man auf dem Anmeldemanager landet. Also, da hat man denn den, äh, LightDN, diese, diese Anmeldemaske und da meldet man sich denn über das XDMCP-Protokoll an und dann wird aus der Desktop so gestartet. Das hab ich früher auch mal benutzt, ähm, ähm, mit einem nicht ganz so schnellen Rechner, den hab ich als Client benutzt und dann auf einen für damalige Zeit relativ leistungsstarken Server zugegriffen, der ein bisschen entfernt stand, ein bisschen mehr Lärm gemacht hat. Und, äh, da drüber konnte ich das sehr, äh, flüssig bedienen. Also, XDMCP war eine ganz coole Sache damals und man kann das auch über X2Go tunneln, dass das so ein bisschen komprimiert gecaged und sonst was wird. Dann, äh, SPICE hier, das ist diese Spezialität von, äh, KVM beziehungsweise QEMU, beziehungsweise in Proxmox ist es drin. Das ist so ein Spezialprotokoll, wo wohl extra bewegte Bildinhalte erkannt werden, um das nochmal irgendwie anders zu komprimieren. Ja, also, ein ganz tolles Ding wohl irgendwie. Gucken wir uns auch nochmal an. Ja. Und, äh, X-PRA ist noch so ein bisschen das Gegenstück zu X2Go. Funktioniert irgendwie ein bisschen anders, aber von dem, was man damit machen kann, ist es wohl auch relativ ähnlich. Habe ich einmal, ähm, kurz ausprobiert, um von einem Rechner zum anderen ein Spiel zu streamen. Ich glaube, 0AD. Ah, ja. Das, 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 das ging irgendwie. Ähm, ja. Hast du gewonnen? Ähm, ich glaube, ich habe zwei Computer gegeneinander spielen lassen, damit ich das einfach so überprüfen konnte, ob die Übertragung funktioniert. Also, der Spielgedanke kam dann ein bisschen bei kurz. Das wäre der ultimative Test gewesen, ne? Also, wenn du auf jeden Fall gewonnen hättest, dann kann man das auf jeden Fall ohne Probleme nutzen. Und dann haben wir noch, äh, das über SSH getunnelte X-Protokoll, ja, wo man denn über den Parameter minus großes X sich auf dem Zielsystem verbindet und dann eine Anwendung starten kann. Die läuft dann auf dem entfernten Server und lokal sieht man halt das Fenster. Das sind jetzt erstmal die, die Dinger, die es da so gibt, die ich damals so rausgefummelt habe, was es da gibt. Ähm, Wayland ist insofern nicht wirklich dabei. Jedenfalls nicht, äh, als nochmal ein, äh, extra Protokoll. Da gibt es vielleicht auch schon irgendwie was Tolles bei. Das würde dann über, ja, RDP vielleicht gehen, dass es da denn so ein, äh, Dings auf der Serverseite gibt, wo denn der Bildschirminhalt über RDP rüber getunnelt wird zum, zum, zum Client irgendwie sowas. Genau, ja, von SSWeb schreibt, wichtig ist vor allem die Audio-Widerleitung beim Remote-Desktop-Streaming. Wie soll der Admin denn sonst gescheit Doom auf dem Server spielen? Das stimmt natürlich. Ähm, und, äh, S-Man schreibt, benutzt man nicht VNC, um den Raspberry Pi fernzusteuern? Ähm, ich meine, das kannst du auf jeden Fall machen. Also, ich mache solche Sachen immer mit RDP, aber mit VNC ist das prinzipiell auch möglich. Ähm, was da die Unterschiede sind, da gehen wir vielleicht später auch nochmal ein bisschen drauf ein. Ja. Ähm, hatten die nicht bei dem Raspberry Pi jetzt so ein Freigabedings? Du, das weiß ich nicht. Da habe ich zu lange nicht mehr dieses Basic Raspberry Pi OS benutzt. Ähm, kann aber gut sein, dass sie da eine relativ einfache Option, Funktion haben, die das aktiviert, womit man dann, ähm, da drauf dann kommen kann. Das weiß ich gar nicht auswendig. Du schreibst es mal ein bisschen, genau. Schauen wir mal. Äh, ist das Proxmox? Ich hoffe. Schauen wir mal. Ja, Datenschutzprobleme sind immer gut. Ähm, dein Bildschirm, ist der ein bisschen abgeschnitten auch bei dir oder ist das nur bei mir so, dass es abgeschnitten ist? Ich glaube, der ist nur bei mir so abgeschnitten, ne? Ja, nee, also bei mir ist der... Dann mache ich das mal schnell. Ähm, 16 zu 9 und das andere ist 4 zu 3. Ich weiß gar nicht, ob das 4 zu 3 ist oder ob das... Ähm, also, ja, ich gehe mal davon aus, dass das andere 4 zu 3 ist. So, äh, das duplizieren wir. Ähm, ne, 5 zu 4 sogar sein. Das ist mir egal. Also, nur für die Beschreibung. Das passt schon. Äh, einfügen. Ich will ein Duplikat. Ich will ein Duplikat. Hilfe. Kann ich nicht, ne? Ähm, naja. Dann ist das halt so. Ah, ah, okay. Jetzt checke ich das, was ich gemacht habe. Ja, das macht natürlich keinen Sinn, ne? Meine Güte. So, dann schmeißen wir den hier raus. Ja, möchte ich hier entfernen im 16... Ne, das ist auch kein... Das ist auch kein 16 zu 9. Was ist denn das? Ähm, so. Das könnte 5 zu 4 sein. Das könnte 5 zu 4 sein. Okay. Also, dass das hier, äh, 1280 mal 1024 ist. Okay. Ja, gut. Dann machen wir das mal so. Ach, ne, das ist was ganz Krummes. Naja, passt schon. Ist egal. Ich hab... Das hab ich jetzt so. Ja, okay. Ich ruckel nicht mehr dran rum. Alles gut. Dann schreib mal 5 zu 4 auf, ne? Dann ist das nochmal eine andere Methode. Ja, gut. Das ist 4711 oder so. Hm. Nein, auch nicht. Gut. Dann, ähm, sehen wir jetzt alles so, wie wir wollen. Oder wie wir es brauchen, besser gesagt. Ach so, äh, du kannst oben auch noch den Bereich hier mit, äh, Datei und sowas abschneiden. Das ist ja noch, dass von der Virtualbox was drin ist. Ja, das kann ich mal rausmachen. Genau. Ja, das mach ich währenddessen. Das kannst du schon mal anfangen. Dann, ähm, was ich da so ein bisschen vorbereitet hab. Ich habe jetzt zwei virtuelle Maschinen reingeschmissen in so einen Proxmox. Ähm, einmal ein Debian 12 mit Mate Desktop und einmal mit KDE. Mate ist ja, ähm, was die, ähm, Effekte und sonst irgendwas angeht, sehr weit unten. Und, ähm, KDE ist so die andere Richtung davon. Da kann man ziemlich viel mit machen. Denn, äh, zum Beispiel bei X2Go, der mag das gar nicht, wenn da so Halbtransparenzen drin sind. Was einige Desktop-Umgebungen ja machen, um so einen Schatten um, äh, das Startmenü oder um Fenster drum zu legen. Das macht X2Go eben gar nicht. Und, äh, von daher habe ich einmal Mate da genommen, weil das da überhaupt nicht auftritt. Und... Oder XFCE empfehle ich immer für Remote. Also, das sind eigentlich die beiden, die du nutzt. Was anderes sollte man Remote-mäßig. Da muss man dann wirklich aufpassen. Bei den allermeisten Protokollen. Obwohl XFCE haben die da nicht jetzt auch diese... Also, standardmäßig ist, glaube ich, was an, was da auch so... Du musst ein Flickering, diese Software Flickering oder irgendwas in der Hinsicht, musst du ausschalten. Ähm, das ist eine Einstellung und dann läuft es aber an sich ziemlich rund. Genau, ja. Also, bei X2Go ist das. Bei den anderen, die funktionieren so... Also, jedenfalls RDP und VNC, die sollten auch so funktionieren. Die funktionieren tatsächlich auch mit Cinnamon und GNOME und KDE. Ähm, vor allem aber die anderen Protokolle, die so mehr in Richtung X-Server-Zeugs gehen, ähm, da muss man ein bisschen aufpassen mit Cinnamon, GNOME und KDE. Da sind die einfachen Desktop, sagen wir so, meistens die bessere Option. Aber ich nehme dir da mal nicht die Schau. Nee, ich überlege gerade noch, wie das heißt. Dieser, ähm... Dieser Modus, den man ausschaltet. Ich kann es nachschlagen. Dieses... Ach, ich komme nicht auf den Namen drauf. Das ist ja dieses, was diese speziellen Effekte macht. Äh, Compositing? Nee, ne? Ähm, ich habe mir doch... Disable Compositing. Ja. Äh, for XFCE Desktop disable Compositing for each user. Das machst du mit Use Compositing. Also ich kann euch mal den Befehl hier, äh, reinpacken, kopieren. Also ich zeige euch das einfach schnell. Äh, zack. So, das ist er. Ähm, und da muss ich mal hier den zeigen. Das da, ne? Diesen Befehl muss man ausführen. Ne? Genau. So, und dann läuft es soweit. Ja, dann... Äh, bei XFCE jetzt, bei X2Go beispielsweise. Ähm, oder Software-Rendering-Modus gibt es natürlich auch, aber ich glaube, das ist, also, ziemlich genau das, halt nur die An... Nur die... Nur das Gegenteil. Aber, ähm, das kann natürlich mit anderen Methoden auch nochmal sich unterscheiden. Ja, dann habe ich wieder deinen Bildschirm gezeigt. So, äh, dann, ähm, oder nochmal zurück. Also, äh, was man unter Proxmox direkt machen kann. Man kann hier, äh, denn eine virtuelle Maschine auswählen. Und hier oben gibt es denn Konsole. Und da gibt es zwei Optionen. Wenn es eine... Also wenn es so eine grafische Sitzung ist, äh, X-Term über JavaScript ist ausgegraut. Und das NoVNC, also da haben wir es wieder, das VNC, damit... Nein, ich möchte das nicht übersetzen. Äh, darüber kann man die virtuelle Maschine starten. Dann hat man hier so ein Fenster und... Na, gut. Flackert ein bisschen. Ja, nö, das geht alles. Also, bei mir sieht alles super aus. Also, jede Sekunde flackert das bei mir einmal. Ah, okay. Ja, also, äh, wir sehen das ein paar Mal nur. Aber durch die Übertragung, Übertragungsrate, fällt das gar nicht so auf. Das ist der Träger. Also, irgendwie mag es auch nicht, wenn man das im Vollbildmodus, dann fängt es an zu zuckeln. Und wenn ich es hier also groß mache, wie, äh, wie es gewollt ist, dann geht das. Also, darüber kann ich direkt über Proxmox in dem, äh, mit dem Webbrowser drauf zugreifen. Und kann damit eigentlich, also, es zieht ein bisschen nach. Und dieser Effekt, den man, ich weiß nicht, ob man den gut sieht, wenn ich jetzt auf das, von einem Menüpunkt zum anderen gehe, da baut sich so ein bisschen was auf. Und das könnte so ein bisschen langsamer sein, als, als es, also es zieht nach, ne? Ein bisschen sieht man es, genau, ja. Also, äh, ist natürlich die Frage, was kommt von unserer Übertragungsrate und von der anderen. Aber, äh, man sieht es, man, man, man kann es erkennen. Und das, ja, das immer so eine Gedenksekunde manchmal braucht, bis das andere Menü da ist, sozusagen, ne? Wenn man so möchte. Genau, vor allem bei großen Fenstern, die man dann öffnet. Das dauert einen Moment. So, und dann, ähm, na, ist natürlich noch nichts eingerichtet. Das ist frisch installiert. Mhm. So, wenn ich jetzt, äh, was nehme ich denn? Wenn ich jetzt YouTube nehme, dann kommt ja der ganze Mist auf jeden Fall. Mhm. Das, nein, ich möchte mich nicht anmelden. Ich möchte alles ablehnen. Und, ach, gut, es gibt nicht gleich den, den ganzen geballten Unsinn. Wenn wir jetzt einmal gucken hier, Linux-GUI-Des-Admin, dann können wir uns, ach ja, stimmt, das ist auch kein Werbeblocker. Schau mal, wir sind im Fernsehen. Hallo. Oh nein, es ist wirklich kein Werbeblocker drauf. Ja. Erstmal die Werbung. Meine Güte, ist das Internet kaputt, weil man keinen Werbeblocker installiert hat? Tja. Ja. So ist das. Also, es ruckelt sich so ein bisschen durch die Gegend. Also, dann kann man, ja, kann man überspringen. Ach, da, überspringen. So. Hoho. Jetzt beginnt gleich der witzige Matrix-Effekt. Aber, äh, ich glaub nicht, dass wir das unbedingt nur, ja. Ach, nee, falsche Taste. So, wenn ich das Ganze einmal noch in groß mache. Ich glaube, was man da... F kannst du drücken, äh, für Vollbild. Ah, ja. Genau. Ja, das sieht man ein bisschen. Ein, ein gewisses Ruckeln ist da, würde ich sagen, ne? Ja, auf jeden Fall. Ich denke schon. Es ist natürlich die Frage, was kommt durch unsere Übertragung durch und bei dir. Aber ich glaube, das Verhältnis, was wir sehen, das ist auch so ungefähr in dem, in dem No-Found-Ziedel. Ja, also, äh, ich, ich sitze ja direkt, äh, davor und, also, es, 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 es zieht so ein bisschen nach, ne? Also, es ist vielleicht so die halbe Bitrate, die man gerne haben möchte, so ungefähr ist es. Also, das wäre jetzt hier die, ähm, Direktvariante, die aus dem Poxmog so rausfällt. Geht auch, ist aber eigentlich eher so eine Sache, die man für Notfälle eher verwendet, denn man braucht ja auch irgendwie Zugriff auf die Oberfläche drauf. Man könnte jetzt, äh, Nutzerkonten so, äh, äh, einrichten, dass man da bloß gucken darf, aber eigentlich, würde ich sagen, ist das so nicht gedacht. Das ist irgendwie so der falsche Ansatz. Dann würde ich als nächstes, oder dann, äh, ich habe jetzt meine Liste nicht im Kopf, ich würde jetzt als nächstes einfach mal X2Go nehmen, in dem ich hier einmal den Server installiere. X2Go, Server. Hm. Da kommt jetzt hoffenweise Zeugs nach. Das machen wir doch mal schnell, ja. Obwohl, so viel ist es auch nicht, ne? 16 MB stand da. Das geht ja eigentlich. Ich frage mich, was sind die 16 MB? Die, also, ich hätte sogar fast gedacht, das sind nur ein paar Skripts und dann reicht das schon. Ähm, aber, ja, ein bisschen was wird schon sein. Äh, so ein bisschen zum Hintergrund dazu. Äh, das basiert auf dem No-Machine-Code. Also, No-Machine ist eine, ich glaube, eine italienische Firma, die vor sehr, sehr, sehr vielen Jahren mal mit so einer Proxy-Architektur für das X11-Protokoll begonnen hat und bis zur Version 3 oder 4 irgendwas war es freie Software und dann haben sie es geschlossen. Und aus den freien, alten Bestandteilen, ähm, haben ein paar Leute ein Skript gebastelt, was wirklich bloß ein Skript um die Bibliotheken war, sodass man es weiterhin nutzen konnte. Und nachher ist den X2Go da draus geworden und man sieht es hier an diesen Bibliotheken, wenn da steht irgendwie NX11 oder Lib NX116 oder so, das sind noch diese No-Machine NX. Also, das taucht da, äh, noch auf. Also, die haben das Ganze fortgeführt und dem Ganzen auch noch eine nette Oberfläche verpasst. Das gibt es bei dem No-Machine, also ich meine, das gibt es immer noch. Und, ähm, vielleicht benutzen die überhaupt gar nicht mehr diese Protokolle von damals. Also, gerade im Hinblick auf Wayland ist es auch praktisch, wenn man da unabhängig von dem X11 oder dem, ja, das X11-Protokoll ist. So, aber mit der Installation sind wir auf der Seite denn durch. Mhm. Das kann ich denn auch wieder zumachen. Und wenn ich jetzt hier auf meinen Client draufgehe, so, da habe ich schon ein X2Go Client drauf. Nö. Sudo-i, das ist hier ein Linux Mint 21. X2Go Client. X2Go Client. Ja. Ich bin mal gespannt, ob schon Linux Mint 22 draußen ist. Nö, noch nicht offiziell. Da würde jetzt langsam auch mal kommen, der Kollege. Das ist wieder Arbeit. Ah. Dass der noch zu unterstützen. Ja, war eine Güte, ne? Ja, von mir aus können die sich auch immer gerne ein bisschen Zeit lassen. Ja, 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 klar, ne? Weil du das dann durch die, ähm, durch M23 nochmal unterstützen darfst, ne? Ja, genau. Aspekt, ja, ja. Also, ich hoffe ja, dass es wieder so, ähm, ereignisarm ist wie die letzten, äh, Dinge. Das basiert ja auf dem Ubuntu 24 04. Das stimmt, wobei es unterscheidet sich immer mehr zu Ubuntu 24 04, weil es keinen Snap und so weiter hat, ne? Das ist so die Sache. Also, das war für mich vorher auch kein Problem, also, äh, das hat üblicherweise mit wenig Schmerzen funktioniert. Bei den, äh, Versionen, die auf 22 04 aufbauten und auf 20 04, das, das ging relativ gut. Ja, ich denke auch, dass es hier gut funktioniert. Die schmeißen nicht viel um. So, und dein x2go-Client. Da haben wir diese Oberfläche. Da ich jetzt noch nichts angelegt habe, habe ich da auch keine in meiner, ähm, Profilliste. Also, hier kommt so eine Liste mit Profilen, wenn ich da was angelegt habe. Und, ähm, mhm, die 12, Martin. Der Host ist, was ist denn da? Hey, 171, ne? 171, nee, das ist der andere. Das ist der andere. Da haben wir 174. Genau, die 174. 174. Hm, richtiges Fenster. Punkt 174. Login. Test. Das Ganze wird über SSH getunnelt, also bleibt es beim Port 22 üblicherweise. Ich könnte jetzt auch einen, ähm, SSH-Schlüssel hinterlegen. Auf der kleinen Seite brauche ich hier kein Passwort mehr anzugeben. Äh, habe ich nicht. Ich kann das Ganze auch mit Kerberos verbinden. Und noch irgendwie spezielle, äh, Proxy, äh, Einstellungen machen, wenn ich das nochmal irgendwie tunneln möchte, über Zwischen, äh, über eine Zwischenstation, so eine Art Relay damit machen möchte. Und hier unten kann ich auswählen, welches Protokoll oder welchen Desktop ich haben möchte. Das ist so eine Kombiliste. Und hier müsste, Marte ist da. Und ansonsten gibt es hier auch, äh, XDMCP oder eine, äh, Sitzung, die schon läuft, kann ich dann auch so machen, dass ich mit mehreren drauf zugreifen kann. Oder hier, ähm, Windows Terminal Server, keine Ahnung, nie benutzt. Aber XDMCP gucken wir uns nachher auch nochmal an. Aber im Moment ist es dann erst einmal Marte. Oder wenn, äh, die Desktop-Umgebung, die ich nutzen möchte, nicht in der Liste drin ist, kann ich ja auch einen Befehl eingeben, wie ich das Ganze starten will. Dann habe ich hier auch noch die Möglichkeit festzulegen, welche Verbindung ich habe. Ähm, in dem Fall ist es hier Maximum. Ich bin im selben Laden drin. Und hier kann ich nochmal festlegen, was für Kompressionsalgorithmen ich haben möchte. Einmal JPEG kennt man ja. Denn TIDE ist von dem TIDE VNC-Server her. Und PNG gibt es auch nochmal. Und das irgendwie so in Kombination miteinander. RLE direkt gibt es auch nochmal. Diese, ähm, Lauflängen-Codierung. RGB ist, glaube ich, komplett unkomprimiert. Und, ähm, was sagt er hier? 16MJPEG. Und je nachdem, wie gut man jetzt die Bildqualität einstellt, braucht man entweder mehr Bandbreite, äh, oder man hat irgendwann auch eher ein pixeliges Bild. Ich glaube, ich habe hier mehr sowas wie 16M, äh, PNG-JPEG. Dann wählt da wohl irgendwie aus, was für die Bildelemente wohl, äh, das beste Verhältnis zwischen visueller Qualität und Kompressionsrate ist. Dann, was habe ich noch? Ähm, ich kann einmal vorgeben, was für eine Größe ich haben möchte. Wie groß mein virtueller Bildschirm, äh, also, der startet ja eine komplett neue Desktop-Sitzung. Und dann kann ich vorgeben, wie groß der Desktop sein soll. Wohin passt das überhaupt? Also, ich mache das einfach mal. Mhm. DPI kann ich, ähm, auch einstellen oder die Scenarama für mehrere Monitore, wenn ich das haben möchte. Zwischenablage kann ich festlegen, in welche Richtung das funktionieren soll oder eben auch gar nicht. Also, das ist so, bei VirtualBox kann man sowas auch vorgeben. Und bei der Tastatur, da kann man das auch noch überschreiben. Wenn man, also, wenn diese automatische Erkennung nicht funktioniert, kann man jetzt auch noch festlegen, ich habe jetzt so ein Tastaturmodell XY, Tastaturlayout ist, äh, Deutsch, äh, Englisch, Griechisch, was weiß ich alles. Vielleicht mit einer Variante noch dazu. Aber meistens funktioniert das. Meistens. Bei Medien kann ich noch sagen, ich möchte den Ton, der auf der Serverseite produziert wird, zu mir rübertunneln. Und das kann sogar sein, dass es auch in die Gegenrichtung geht, wenn ich da eine Videokonferenz-Software zum Beispiel laufen lasse, dass denn das Mikrofon, was ich hier bei meinem, ähm, Client habe, dass es dann auch an den Server weitergegeben wird. Mache auch sein, habe ich nie wirklich probiert. Genauso wie kleinseitige Druckerunterstützung habe ich auch nie verwendet. Und man kann auch Ordner freigeben. Das habe ich auch nie verwendet. Das mache ich üblicherweise nämlich anders. Aber das ist da schon mal so drin. Der Umfang von dem, was die bei X2Go gemacht haben, ist eigentlich eine ganz tolle Sache. So, einmal auf OK. Und jetzt haben wir hier unseren D12-Mate drin. Und wenn ich da jetzt draufgehe, kann ich mich anmelden. Und das ist der X2Go-Anmelde-Dialog. Nicht der, den ihr über Lite-DM, GDM oder was weiß ich kriegen würdet. Sondern das wird hier schon mal gemacht. Und dann geht das los. Nachdem ich hier einmal abgenickt habe, dass dieser Hash-Wert, der hier drin ist, dass das der ist, der auch zu meiner Gegenstelle gehört. Kann man auch nochmal überprüfen, ob das alles stimmt. Aber das schenke ich mir jetzt mal. Und jetzt baut es das Ganze einmal auf. Das dauert irgendwie ein bisschen. Ja, dauert schon ein bisschen, ne? Aber da haben wir ihn doch. Ist das mit den Icons da oben so gewollt? Nee, das ist nicht gewollt. Das könnte sein, dass das hier noch so ein Compositing-Dingsbums ist. Aber von der Flüssigkeit her. Also wenn man jetzt mal guckt, wo meine Maus ist und wo sofort dieser Balken drauf ist. Das geht deutlich schneller. Okay, wir können ja mal mit Zahlen anfangen von der Flüssigkeit. Ich mache mal so eine Tabelle im Hintergrund. Ja. Was würdest du denn sagen, war denn das No-VNC für eine, in den Proxmox war das, ne? Für eine Schnelligkeit. Ja, sagen wir mal Schnelligkeit. Oder Reaktionszeit. Für eine Skala 1 bis 10? Ja, genau. 1 bis 10. 1 bis 10. Wir wissen ja auch gar nicht, was da noch so kommt. Wir können ja dann später nochmal ein bisschen rearrangen. Ist ja kein Stress. Wie viel würdest du dem No-VNC geben? Würde ich sagen 7, oder? 7. Ja, hätte ich auch gesagt, ne? Also so gefühlt, ne? Ja. Und dem X2Go? Also bei dem Punkt ja würde ich sagen, das ist eigentlich ganz gut. So ein 2 würde ich dem schon geben. Ah, okay. Du gehst in die andere Richtung. Ah, okay. Ich hätte gesagt, 10 ist das Beste. Ach so. Ja, also nicht so wie Zensuren 1 bis 6. Nee, 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 nee. Okay. Ja gut, dann nehme ich eine 8 dafür. Dann nimmst du eine 8 und bei No-VNC eine 4. Oder eine 3. Oder eine 3 wäre es dann. Dann würde ich sagen, nehme ich eine 5. Eine 5. Oder was hast du gesagt? Ja, also bin ich bei ihr, bin ich bei ihr. Genau, gut. Dann habe ich das schon mal so ein bisschen notiert. Und dann, ähm, genau, können wir das weitermachen. Einfachheit kommen wir ja später noch. So Einfachheit würde ich nochmal sagen, so im Setup halt, ne? Und dann vielleicht noch Funktionalität, vielleicht noch sowas. Funktionalität. Ich würde sagen, Einfachheit bei No-VNC ist schon ziemlich easy. Sagen wir mal eine 8, ne? Aber ist natürlich nur für Proxmox, ne? Von daher, ich meine eine 8. X2Go selber würde ich auch mal eine, ähm, ja, da kommen wir gleich nochmal drauf. Einfachheit würde ich auch eine 8 geben, ne? Also so schwierig ist das nicht, würde ich mal sagen. Aber können wir gleich nochmal schauen. So, währenddessen wir die Werbung schon übersprungen haben. Genau, schauen wir nochmal so ein bisschen das Video. Oh ja, oh ja. Ich finde, das geht sogar, ne? Und ich höre sogar den Ton dadurch. Ah, okay. Aber, ähm, also Vollbild, ähm, also bis er auf die Taste F reagiert hat, hat es ein bisschen gedauert. Ähm, ich würde sagen, die optische Qualität ist schlechter. Also jedenfalls bei den Einstellungen hier, also wir sind schon so ein bisschen matschiger. Die Schrift ist auch ein bisschen matschiger. Mal gucken, wer ich jetzt hier noch... Also es reagiert weniger gut auf Eingaben, wenn sich viel bewegt. Hallo? Aha. Ja. Oh ja, oh ja. Das sieht natürlich so... Also, äh, das, das mag es nicht wirklich. Mhm. Okay, das heißt... Okay, also die, die flüssig, äh, oder vielleicht muss man das auch insgesamt ein bisschen unterscheiden. X2Go ist nicht für, ähm, schnell bewegte Bilder, äh, gedacht, sondern eher so für Büroanwendungen, wo sich nie so viel bewegt. Hier kann man, äh, also du bewegst dich da gerade eben, äh, mit dem Kopf ja relativ viel. Ich sitze ja eher so ein bisschen inaktiver da rum, bewege mir mehr oder weniger den Mund und gucke nach vorne. Ähm, da kann man sehen, dass du so ein bisschen auseinandergerissen bist. Das hat man, glaube ich, bei dem NoVNC so nicht gesehen. Da war es insgesamt langsamer, aber es, äh, das, das Bild reißt nicht auseinander, oder? Ähm, anscheinend nicht, nö, nö. Also es war nicht so. Das heißt, wir sagen mal Qualität. Ähm, für Videos nö. Mhm, ja. Für den Rest ganz okay. Mhm, mhm, mhm. Okay, gut. Dann würde ich mal sagen, Qualität, machen wir mal eine 5 und bei Proxmox hier eine 8 dann, ne? Irgendwie sowas. Ich bin hier raus. Ich kann das mal zeigen. Ich bin hier raus. Bitte helfen Sie mir. Ich bin in Gefahr. Das wird nix mehr. Da hilft mir noch ausschalten, wieder einschalten. Ich glaube, du kommst da nicht mehr raus. Meinst du? Können wir uns vorstellen, dass das irgendwie die X2Go-Session gekillt hat. Mit dem Vollbit-Modus und wieder zurück. Ne, das nicht, aber es, äh, ne, das, krieg ich es gestoppt? Ja, weiß ich nicht. Jetzt ist es gestoppt. Aha, okay. Der, 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 also die, dieser Datenfluss, der blockiert auch die, die Übertragung von Mausklicks oder Tastatur-Eingaben. Das ist so ein bisschen fies dabei. Also, jetzt funktioniert das ja wieder. Okay, also das heißt so, Video ist nö, aber gut, wer will. Genau, Video ist nö. Ja, aber ansonsten der Rest ist okay. Das heißt, dann, ähm, hätte ich mal mit den Zahlen gegangen, ne, wenn du möchtest, äh, wenn du mal schaust. So, ähm, also ich hab die hier beide so ein bisschen abgewechselt. So, und Einfachheit hab ich beiden mal eine 8 gegeben, weil, äh, eigentlich, na, musst du nicht viel machen dafür, ne. Jeweils gut. Äh, dann, äh, Funktionalität mit dem Proxbox. Zwei. Zwei, ne, ja, machen wir eine 2. Das kann nicht viel. Das kann nicht viel, aber, ne, meine Güte, es macht das, was es soll. Ähm, und X2Go, würde ich schon sagen, ist, äh, drucken kann das nicht, ne? Doch, drucken kann er auch. Es gibt eine Option dafür, äh, dass es drucken können soll, aber ich hab's nie ausprobiert. Aber ich geh stark davon aus, dass es auch funktioniert. Machen wir mal eine 8, ne? So, so das, äh, halbwegs Gute. Also, es ist am, am oberen Rand dran, äh, also diese, diese kleinen Darstellungsfehler, es könnten vielleicht doch noch über, äh, komm, ne. Irgendwie 3D-Effekte oder sowas kannst du mal schauen. Das, das war das, was eigentlich einfiel, ähm, dass es das irgendwie auch nochmal drin ist, aber, klau. Ähm, äh, also, äh, ja, äh, können wir, können wir gleich nochmal ausprobieren. Also, die, diese Grafikfehler, die kommen nicht, äh, also, die kommen nicht daher, aber die, äh, dass man vielleicht die Geschwindigkeit nochmal, okay, ich mach das einfach mal, die melde mich einmal ab, schwupp. Dann beendet der sich hier auch. Und, wenn ich auf Abbrechen gehe und auf das Dings hier drauf, Voreinstellungen. Und, hm, hm, wenn ich die Verbindungsgeschwindigkeit nochmal runtersetze. Und, hm, hm, oder? Ganz ehrlich, bei den Kompressionen, das kann teilweise cool sein, teilweise kann das dir aber auch ziemlich alles zerfetzen. Ich glaube, das kann man nur verstellen, hab ich das Gefühl. Hm, ja. Also, ich probier jetzt einmal noch dieses, äh, Tide von Tide VNC aus. Mhm. Mal gucken, ob, ob das gleich deutlich besser wird. Also, theoretisch könnte man natürlich jetzt so eine, äh, so eine komplette Testserie machen und probiert das einmal aus, wie sich das jetzt verhält bei dem einen oder anderen, ob da, äh, also, ob man flüssig ein Video abspielen kann. Ja. Aber was ich viel, viel wichtiger finde, dass man es sofort lesen kann, ne? Das ist mir eigentlich das Wichtigste. Ich würde ja, glaube ich, über das Remote wenig Videos abspielen, sondern mehr irgendwie, ne? Die anderen Sachen und das sieht, also, ich muss sagen, das sieht top aus, oder? Da kann man nichts sagen. Ja. Also, das, das funktioniert, das stimmt. So, hm, hm, hm. Vielleicht kannst du ja uns mal ein Lesezeichen geben, eventuell, dann sind wir da nicht so und, ne? Das sind jetzt die Pro-Tipps. Ja, 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 ja. Wisst ihr schon? Lesezeichen machen das Leben, das Lesen einfacher, ähm. Das Lesen einfacher, bei YouTube. Ja. Ja, ist ja geil, wir können auch die Werbung anschauen, wie flüssig die ist. Hm. Ja, also, ich würde sagen, das ist jetzt besser. Das, das ist besser, ja? Na? Ja, ich bewege mich mal ein bisschen hier hin und her. Das ist gut. Kannst du ja sagen, ne? Okay, also, von daher, da kommt es auch drauf an, was wir da nehmen. Das heißt, ich würde dem auch eine 8 geben. Äh, Qualität. Ja, oder? Das sieht eigentlich gut aus. Das ist... Also, natürlich, äh, für, für euch ist es immer noch ein bisschen, ähm, ich kann mal schauen, ob ich das in unserem Live-Room ändern kann. Ähm, ob ich dann dir noch ein bisschen, ähm, FPS geben kann. Hm, schauen wir mal. Hier nicht. Scene Options. Controls. Ja, das wird schwierig. Ich glaube nicht, dass ich euch mehr, äh, FPS hier geben kann. Jedenfalls nicht on the fly. Ähm, äh, aber, genau. Also, ist es auf jeden Fall flüssiger, ne, als das Letzte. Von daher würde ich mal sagen, sind wir auf jeden Fall bei einer, äh, würde ich hier sogar erhöhen, auf eine 8 auch, oder? Also, so ist das sogar richtig gut, würde ich sagen, ne? Ja, okay. Also, das, was, was, was ich jetzt sehe, mal gucken, wie lange das dauert, bis ich dann mit dem Wackeln ankomme. Aber, ja. Kannst du nichts sagen, dann. Okay, gut. Ja. Also, wie, wie, ja, ähm, Abacus auch meint, ne? Wenn man jetzt eine schnelle Verbindung hat, dann kann man die Kompression auch runterhauen. Das stimmt natürlich, ist ein Punkt, ja. Nicht nur die Bandbreite wird ein Problem dabei sein, sondern vielleicht auch das CPU-Limit oder so, dass das Komprimieren mit JPEG doch mehr CPU-Zyklen braucht als hier dieses Tide von C. Okay, aber die Eingabe von Tastator und Maus, die ist immer noch so ein bisschen gehemmt. Mhm, okay. Wenn ich jetzt hier Pause draufgehe, gucken, so, jetzt, dann geht's auch. Also, das blockiert irgendwie den Rückgabekanal. Also, das funktioniert, äh, viel besser, ja. Ja, genau, ja, JPEG ist verlustbehaftet, das ist richtig. Genau. Also, funktioniert insgesamt, klappt gar nicht so schlecht, würde ich sagen. Und, ja, das war dann X2Go. Dann haben wir X2Go hinter uns, ist sehr cool. Okay, dann geht es weiter mit RDP. RDP, da bin ich aber sehr gespannt drauf, das ist ja das, was ich hauptsächlich nutze für solche Sachen. Da sind wir mal gespannt. Würdest du auch XRDP dafür nehmen? Ja, also ich würde auch XRDP nehmen, genau. So, dann, jup. Äh, nee. Äh, nee. Ach, nee. Hallo? Ja, jetzt. Ach, nee. Hier ist ja ein Debian. Genau. XRDP. Und, schup. Den schmeißen wir uns mal drauf. Währenddessen schreibt der Peter, ähm, ich benutze schon mehrere Jahre als Client Remina, um auf meinen Firmen-Laptop mit Windows zuzugreifen und meine zwei Bildschirme zu verwenden. Ähm, mit Remina greffe ich auch auf meinen Diet-Pi-Rechner zu. Von uns schreibt, äh, schreibt, Remina ist auch eine gute GUI für die Protokolle des Remotes. Das nutze ich auch gerne, äh, ja, genau. Also generell, ja, dass Remina ein ganz, ganz guter Client ist, würde ich auf jeden Fall zustimmen. Remina an sich ist, ähm, eigentlich, ja, die, das Remote-Tool unter Linux, ne, würde ich mal sagen. Das ich auf jeden Fall verwenden würde auch. Äh, was man noch sagen muss, die Ausgabe bei Remina über zwei Bildschirme funktioniert nur mit X-Org und noch nicht mit Wayland, schreibt Peter. Das ist gut zu wissen auf jeden Fall, ne. Aber von daher, ich muss sagen, ähm, ich selber bin noch nicht auf Wayland und ich glaube, ich brauche noch ein bisschen, bis ich das wirklich mache. Äh, wird bei dir wahrscheinlich genauso sein, ne. Aber habe ich ja schon ein paar. Ähm, apropos, äh, hier Wayland. Ich habe ja nie das Tablet, was ich auch schon mal im Video vorgestellt habe. Und da habe ich Wayland mit dem KDE Plasma 5 drauf. Äh, im Moment läuft das mit einem, ähm, Debian Unstable. Und seitdem ich da zwei Körnel-Parameter gesetzt habe und der Körnel nochmal aktualisiert wurde, habe ich jetzt diese, äh, die, diese Bildverschiebung, Bild- und Farbverschiebung, die sonst immer relativ häufig aufgetreten sind, nicht mehr. Also, das ist, äh, also ist jetzt einen deutlichen Schritt nach vorne gekommen, dass das Ganze auch, äh, hoppala, dass das Ganze auch, ähm, funktioniert. Also, von daher, ich benutze Wayland auf diesem einen Gerät. Und da scheint es jetzt zu funktionieren. Mhm, ja, aber gut. Aber ich denke, du machst damit ja nicht ein bisschen mehr als Webbrowsen und sowas. Da, ne, machst du ja weniger auf so einem Endgerät, sagen wir es mal so, außer du streamst hier jetzt oder machst, äh, YouTube-Videos oder, ähm, ne, machst da solche Späße. Weil, vor allem in Richtung Medien, da ist Wayland, vor allem Aufnahme und so weiter, nicht das Beste bis jetzt, ne. Beziehungsweise, einfach, es braucht noch ein bisschen, sagen wir es so. Ja, aber das ist ja gut, dass die, ähm, von Fedora, was ist das, 41 oder 40? Mhm. Standardmäßig Wayland jetzt verwenden. Also, von daher, das wird jetzt ja in größerer Runde mal ausprobiert. Ja, ja, äh, Ubuntu hat das ja auch schon standmäßig auf Wayland, ne. Ich merke es noch, wenn ich die ganzen Support-Kunden habe, ähm, wo dann die Bildschirmübertragung nicht immer funktioniert mit Wayland. Also, Fedora? Äh, nicht nur Fedora, sondern auch Ubuntu. Ja, ähm, ja, ich, ich kann dann schon auswendig die Schritte, die die machen müssen, ähm, und dann, dann funktioniert das dann auch, ne. Aber, naja. Ja. Aber es ist gut, wenn ihr das ausprobiert, ne. Das ist, ist eine feine Sache, dann haben wir alle was davon. Ist, ist perfekt, ja, so, ne, gar nichts Böse, aber, ja, ich will arbeiten, ne, ich will nicht testen. Genau, ja. Ja, so, ähm, also XRDP habe ich jetzt installiert, ich weiß gar nicht, muss man da auch mehr einrichten? Ähm, kommt drauf an, ähm, probier es mal, ob es so funktioniert, eventuell musst du in dem Start-Skript einmal das, also Remina, nee, bei Remina musst du nichts machen, bei XRDP, eventuell diesen Start-Marte-Desktop, oder ich weiß nicht, wie das heißt, eintragen, das weiß ich bei Marte, aber nicht genau, ähm, probier es einfach mal, ob es funktioniert. So, mal gucken, so, äh, was? Dafür musst du aber als Benutzer ausgelockt sein. Ah, okay, gut zu wissen. Dann mache ich das, so, äh, so, äh, so, äh, gut, so, Remina, dann 1, 2, 1, 6, 8, Punkt, 174 war es, ne? Und, 174 war es, meine ich, schauen wir mal, ja, das ist, das ist, so, mal gucken. Ja, will er sofort. Achso, mal, XORG von C, ich glaube, du bleibst immer auf Standard XORG. Ja, so, mal gucken. Und, hey. Das will er sofort, perfekt. Ah, das geht nicht. Du kannst, äh, die Bildschirme auf Lösung in den Remina-Einstellungen nochmal einstellen. Ähm, oder wahrscheinlich, na, dort würde ich es nicht machen, aber wenn du dich, ähm, bei Remina kannst du ja auch ein Verbindungsprofil einlegen. Wenn du das nochmal schließt, äh, die Verbindung, äh, kannst du schließen, ja, das ist okay, ist kein Problem. Ähm, dann gehst du auf das Plus links oben, ganz links oben, und kannst hier nochmal eine Verbindung anlegen. Da sagst du mal, na, irgendwas, ne? Ähm, vielleicht RDP oder sowas passt. Und nebenbei mach mal Protokolle auf, was Remina schon so standmäßig kann. Das, also, Remina kann nicht nur RDP, Remina kann auch, ja gut, in dem Fall, doch, VNC ist auch mit drin. Ähm, äh, es gibt ja noch andere Sachen, die kann man noch zusätzlich installieren als Plugin oder als Erweiterung. Ähm, einfach mit der Paketverwaltung, genau, aber RDP und VNC sind so die Steckenpferde. Ich nutze das meistens mit RDP, ähm, und dann, genau, passt das soweit. Dann kannst du mal Benutzernahme und Passwort eingeben. Ich meine, Spice wird auch unterstützt. Genau, Spice wird auch unterstützt, genau. Ähm, dann gehst du weiter runter, und dann siehst du nämlich die, äh, Bildschirmauflösung. Und da kannst du sagen, Auflösung des Clients verwenden, empfehle ich immer. Dann hast du halt immer die, was deine Virtual Machine oder dein, äh, Host-System quasi, in deren sich gerade hergibt. Ähm, beziehungsweise Gast ist, ja, egal. Ähm, macht in dem Fall nicht so viel Sinn. Und den Rest lasse ich auf den Standard, da stelle ich nichts anderes ein. Keine. Okay, gut, dann fummelt er erst raus. Ähm, ansonsten kannst du auch, ja genau, hier kannst du die Farbtiefe wählen, das lasse ich auch automatisch. Ähm, da mach ich nichts. Auf der nächsten Seite, wenn du ganz nach oben gehst, dann hast du Tabs. Und dann gehst du auf Weiter, und da kannst du dann, genau, ähm, Qualität einstellen, Audio-Freigabe kannst du einstellen, ähm, Mikrofon, sowas in die Richtung, und ein bisschen weiter unten. Wahrscheinlich auch die Drucker-Freigabe. Ähm, die Drucker-Freigabe hab ich so selber aber noch nicht zum Laufen über, äh, zum, äh, ja, zum Laufen bekommen. Ähm, ich glaub, ein bisschen weiter unten kannst du auch irgendwo einen Haken setzen, meine ich. Ich weiß es nicht mehr genau. Oder ist es genau da, ne? Da haben wir einiges Druckerteilen, ne? Da ist es, ähm, aber das hat bei mir bis jetzt so noch nicht gewollt. Äh, woran das jetzt lag, das, ähm, da hab ich noch nicht dran rumgeforscht, ne? Das war jetzt auch noch nicht so super wichtig. Aber genau, äh, das kann man alles machen. Also, es bietet auch einen Haufen von Optionen und Funktionen, die dich aber auch gern mal erschlagen. Also, von daher, versuchen, so wenig wie möglich da einzustellen, weil das funktioniert schon standardmäßig eigentlich ganz gut. Serielle Anstöße freigeben und parallele Ports freigeben, das ist Smartcard-Teil, klingt auch irgendwie interessant. Ob das nachher funktioniert, kommen wir wahrscheinlich wieder sehr drauf an. Auf den Desktop auch, ne? Und so weiter. Nicht, dass ich das jetzt für irgendwas wirklich noch bräuchte, aber, ähm, ja. Blöde Frage, was wir eigentlich auch testen müssten, funktioniert die Zwischenablage, ne? Weil die wird hier funktionieren. Bei X2Go weiß ich es nicht, bin ich ehrlich. Bei NoV und C bin ich mir ziemlich sicher, dass sie nicht funktioniert. Also, bei X2Go funktioniert sie überwiegend, genauso wie die Tastaturerkennung. Das klappt überwiegend. Also, äh, Problem ist normalerweise, dass du eine leicht abweichende Client- und Server-Version hast. Dann, äh, verstehen die sich so zu 95 Prozent. Okay, ja gut. Aber nicht zu 100 dabei. Das ist, also, das ist manchmal so ein bisschen blöd dabei. Aber üblicherweise funktioniert das auch. Also, ich verwende das schon bei einigen Szenarien und da klappt das auch. Aber ich habe eben immer auf die diese Probleme gehabt. mit leicht abweichenden Versionsnummern. Also, Bild kriegt man eigentlich immer. Bloß die anderen Features, die sind dann eher so Verhandlungssache. Kann klappen oder auch nicht. Gut. So, speichern und verbinden wahrscheinlich, ne? Genau, machen wir mal. Oder haben wir ja noch irgendwie was anderes, was von uns angucken? Kannst du die anderen Tabs nochmal durchgehen? Das weiß ich nicht zu 100 Prozent, was dann sonst noch kommt. Genau, Befehle kann man davor ausführen. Ähm, ja, sowas. SSH-Tunnel vielleicht. Ach, stimmt. Ja, okay. Kann man auch machen darüber. Ne? Das heißt, dann, äh, gehst du da, ich glaube, über einen sicheren Weg rein. Weil das RDP von der Sicherheit, ich weiß nicht, auf welchem Stand die sind. Es ist zwar verschlüsselt über TLS, was du ja geschrieben hast. Aber, ähm, da sage ich, glaube ich, erst mal gar nicht so viel. Und schaue nochmal nach, bevor ich hier was Falsches in die Welt setze. Aber, äh, so ein SSH-Tunnel ist ja, ähm, unabhängig davon sowieso eine praktische Sache. Du kannst ja auch über Zwischenhost denn das Ganze tunneln, ähm, ja, dass du dich auf deinem Arbeitsplatzrechner, der in der Firma steht, über einen Gateway tunneln lassen kannst. Und das hier direkt in der Oberfläche. Ist eigentlich ganz praktisch, dass es das so gibt. Absolut. Hinweise. Hinweise? Ach, da kann ich nochmal. Ah, okay. Also, äh, Notizen an mich oder so. Auch praktisch. Ach, cool. Ja, gut. Aber, also, steigern. Ja. Also, so wie es, äh, in, in Büchern ja gibt, diese Seite ist freigelassen für ihre Notizen. So was. Ja, genau. Und jetzt kannst du links auf den, äh, Vollbildmodus gehen. Das ist das fünfte Icon von oben. Und eins runter? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Das da. Genau. Vollbild und das da wäre Fenster auf... Auf die entfernte Bildschirmauflösung anpassen. Ich glaube, das ist, ja, genau, ja. Da hast du halt das ganze Fenster nochmal da. Aber geh mal so auf. Ja, ja, wie gut sieht das denn aus, ne? Ja, also, wir haben zum Beispiel oben nicht diesen Grafikfehler. Ne, das sieht besser aus, ne? Das muss man sagen, ne? So. Jetzt natürlich Frage, wie die Performance ist. Das wundert mich. Bisschen schlechter, würde ich sagen, ne? Ja. Zieht wiederum nach. Ja. Das hatten wir gerade eben schon besser. So, und jetzt der Videobeweis. Der Videobeweis. Gibt es auch bei Linux-Gang. Gibt es auch bei Linux-Gang. Ja. Ja, gut. So, mal gucken. Gar keine Werbung dieses Mal. Ich bin schockiert und begeistert zugleich. Ja, wir wurden werbeunfreundlich gekennzeichnet. Nein, Spaß. Das ist gut so. Ja. Stimmt, was muss man dafür eigentlich machen? Schmeiß die Bittis raus und dann sehen wir es. Nein, Spaß. Bitte nicht. Wir blenden kurz einen Casino-Stream ein und schon sind wir werbeunfreundlich. Genau, genau. Ja, ja. So, jetzt nochmal. Vollbild. Also, geht sofort. Ja. Also, sagen wir es so. Ich würde sagen, die Qualität ist nicht schlechter durch das Video als durch die restliche Benutzung mit RDP. Ich würde sagen, das ist gleich, oder? Oder würdest du da Unterschiede bemerken jetzt zuvor in den Menüs und so? Ich würde sagen, das ist besser. Sogar besser? Wenn ich jetzt F drücke. Ja, also das ist auf jeden Fall viel besser als den X2Go. Das auf jeden Fall. Ja. Aber ich meine, der Kontrast zwischen normaler Benutzung und Video abspielen ist bei RDP nicht vorhanden. Das stimmt. Also, es ist, also das Menü hier, da zieht es ein bisschen nach. Aber eventuell kriegt man das nochmal ein bisschen getweakt natürlich über die Einstellung von RDP, von Remina. Aber das heißt, dann würde ich erstmal Performance eine 5 geben, ne? Bin ich ehrlich. Qualität würde ich sogar mehr geben als eine 8. Also mehr als X2Go, weil die Schriftfehler da nicht sind und so weiter. Von daher würde ich da mal eine 9 geben. Einfachheit. Jetzt in dem Fall war es auch relativ einfach, oder? Musstest du eigentlich nicht viel machen. Aber man muss schon wissen, was man tut. Genau, also wenn man jetzt die Einstellung ignoriert und einfach das nimmt, was da ist, ist es relativ einfach. Aber wenn du dich nicht so auskennst und dich von den ganzen Möglichkeiten verwirren lässt, ist es schon, also es kommt, ist eine Definitionssache, ne? Inwiefern, also wie definiert man jetzt? Ich würde dem eine 5 geben. Ja. Na? Und, ähm, äh, also Performance würde ich sagen, ist doch deutlich besser als 5. Genau, Performance habe ich, achso, Performance 5. 5 ist wenig. Ja, ne, halt je nachdem die Reaktionszeiten und so weiter, ne? Sowas in die Richtung. Aber würdest du nur 7 geben? Oder, also mit X2Go würde ich es ja nicht gleichsetzen, weil X2Go ist ein bisschen schneller als gewesen. Sagen wir mal, nein, also bei X2Go war der Aufbau von den Menüs flüssiger. Dafür hat X2Go bei dem Video komplett versagt, wo ich, äh, ja, Tastenrücke kamen nicht mehr an, die wurden nicht mehr ausgeführt. Also von daher, hm, kommt aufs Szenario drauf an. Hm, ist doch schwierig, Qualität und Performance auseinanderzuhalten, oder? Ja, das kommt auch nochmal mit dazu. Ja, dann machen wir das raus, so. Ja. Einfacher geworden. Dann haben wir nur noch einen Wert. Und von daher würde ich X2Go dann insgesamt 7 geben dadurch. Und RDP vielleicht einen Punkt mehr, oder? Ja. Ich glaube, das ist fair. Ja. Vielleicht hier auch noch aufs 6 runter, aber ich denke, das passt schon so. Ist ja auch nur, ne? Ist ja subjektiv. Ja, genau. Das, da ist jetzt keine, sind jetzt keine 20 Kriterien dahinter. Was meinst du? Also, man könnte das wahrscheinlich auch hochwissenschaftlich machen, indem man noch irgendwie Netzwerk-Traffic misst, Auslastung von CPUs, RAM-Verbrauch und vielleicht sogar genau messen kann, wie viele Bildpunkte innerhalb einer Zeit übertragen werden oder was weiß ich alles. Aber das haben wir ja gar nicht vor. Das brauchen wir nicht. So wissenschaftlich wollen wir es ja auch nicht. Gut, gut. Was ich hier jetzt ja noch zufälligerweise gefunden habe, hier gibt es Thin-Client-Drives. Also, da haben wir dann wohl nochmal irgendwie eine Freigabe, die man von dem... Ich weiß nicht, ob die bei den anderen schon auch drauf war, aber kann sein, dass es durch ADP kommt. Ja. Okay. Das ist klar. Oder? Das kann sein. Also, ja, Thin-Client-Drives macht ja schon in dem Fall schon Sinn. Also, könnte man hier auch übergeben. Also, von daher würde man sagen, so Funktionalität würde ich auf jeden Fall mehr als eine 8 geben. Vielleicht sogar eine fast 10. Weil, was fehlt hier noch in dem ADP, wenn du rein theoretisch Drucker hast, Audio, Eingabe und Ausgabe. Ähm, und eigentlich, ja, ne, sowas wie Thin-Drives, du kannst USB-Sachen durchleiten. Aber von daher, ich glaube, mehr geht nicht wahrscheinlich, oder? Ja. Also, dann würde ich da fast die 10 geben. Machen wir auch eine 9, weil, ähm, na, wir können uns immer noch steigern, aber... Ich glaube, da kommt nichts mehr in die Richtung. Nee, ich glaube, heute nicht. Alles erreicht. Genau. So. Ähm, ja, genau. Also, das haben wir auch. Gut, gut. RDP, dann... Was hatte ich noch? VNC hatten wir indirekt über das No-VNC. Ja, genau, ne? Wir können es natürlich so nochmal probieren. Ich glaube, das wäre vielleicht sogar eine ganz faire Sache, weil nicht jeder hat Proxmox und so weiter direkt auf seinem Server, ne? Und das macht, glaube ich, schon Sinn, das nochmal so zu testen, bin ich ehrlich. Währenddessen, ich habe hier mal die Punkte eingetragen. Ich weiß nicht so... Ja, ich weiß nicht, ob die Summe überhaupt in irgendeiner Form aussagekräftig ist, weil ich würde jetzt X2Go nicht über RDP eventuell stellen. So vom Gefühl her. Aber, keine Ahnung. Ja, ist sehr subjektiv. Vielleicht verändern wir das noch so ein bisschen. Ja. So. So, aber welchen von den lustigen VNC-Servern nehmen wir denn? Genau. Den Tiger VNC Standalone, den Tide VNC-Server oder XLVNC, ne? Ganz ehrlich, da bin ich ein bisschen überfragt. Also ich habe verschiedene Sachen probiert. Manche haben funktioniert, manche nicht. Jedenfalls auf Anhieb. Da habe ich mich auch nicht weiter beschäftigt mit manchen. Von daher kann ich da gar nicht so viel sagen. Vielleicht hast du da eine Erfahrung, was du da am liebsten nimmst? Also Tide VNC sagt mir von früher was. Aber ich probiere das einfach mal. Der Elmar Groll schreibt, hi, wäre es nicht fair, RDP gegen einen Windows-PC zu testen? Prinzipiell ja, auf jeden Fall. Wir interessieren uns in dem Fall aber nur für die ganzen Linux-Sachen. Also RDP funktioniert auch in Kombination mit Windows-Rechnern extrem gut. Ich glaube, das kommt auch ursprünglich aus der Windows-Welt, meine ich, das RDP. Und habe ich auch schon mal benutzt mit ein paar Windows-Rechnern zusätzlich. Das ist eigentlich ganz gut. Von daher, ja, wäre auf jeden Fall fair. Aber in dem Fall interessiert uns das gar nicht so groß. Da wollen wir uns erstmal nur in der Linux-Welt innen drin bewegen. Einfach als, genau, Rahmen, sage ich mal so. Tiger VNC ist cool, schreibt Skabla75. Ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare bzw. in die Chats schreiben, was bevorzugt ihr von diesem Remote-Desktop-Protokoll, mit welchen habt ihr schon Erfahrung gehabt und von welchem seid ihr vielleicht enttäuscht, von welchem seid ihr überrascht. Und genau, währenddessen, du hast jetzt was installiert eigentlich? Was für ein Server? Ich habe jetzt den Tide VNC-Server genommen. Tide VNC. Wie? Hat sich diesen Namen, ne? Der ist so Tide. Tiger VNC. Tide VNC. Da brauchst du nicht so eine Verbindung. Boah, geil. Nefels nutzt X2Gon. Sehr cool. So, dann können wir ja gerne mal verbinden, wenn du möchtest. Außer... Oder hier Qualität. Gut. Beste langsam Mitte. Was ist jetzt gut im Gegensatz zu... Lass mal gut, würde ich mal sagen. Dann schauen wir mal, was er macht. Ähm, genau. Verbindung fehlgeschlagen. Das war noch nicht genug. Fireball haben wir ja, glaube ich, nicht drauf, ne? Sonst wäre das mit dem RDP auch noch nicht gegangen. Und hier ist auch dieses, ähm, dieses zusätzliche Laufwerk weg. Das, was wir gerade haben. Ach, okay. Also, das heißt, ähm, dieses Thin Drive, ne, Thin Client Drive. So. Das kommt vom RDP. Sehr schön. An sich natürlich eine sehr coole Sache. Tide VNC-Server. Muss man den? Aha, okay, gut. Ach. Ach, ja, stimmt. So funktioniert der Mist. Das, das muss ich sagen, das gibt, äh, Abzug in der Einfachheit. Ist doch so, oder? Ganz ehrlich. Oder? Ja, kann man, kann man so oder so sehen, ne? Aber ich würde schon sagen, ja. Ich glaube, fair ist es schon. Für VNC-Verhältnisse ist das natürlich total okay. Das brauchst du bei VNC. Weil du dich ja nicht über dein Benutzer-Account verifizierst. Was du ja bei X2Go und RDP beispielsweise machst. Und bei VNC brauchst du halt so ein extra Ding. Und das musst du natürlich irgendwo einstellen. Von daher, also ich würde schon mit in die Wertung reinnehmen. Also mal gucken, wenn ich da jetzt speichern und verbinde. Nur die besten Dinger. Ja. Also so ist es noch nicht. NeoX-Desktop ist... So. Läuft das denn? Also Tide4NC läuft. Du kannst mal in den Log reinschauen. Vielleicht findet man da was. Ach da, stimmt. Von SysWeb schreibt, nutze gern den VNC. Der geht halt eigentlich auf jedem Linux. Dann schreibt der Aberkurs. Ich melde mich immer mit SSH-Y auf der Remote-Maschine an. Dann kann ich jedes beliebige X-Programm starten. Und der lokale X-Server macht die grafische Darstellung. Den Desktop auf 1, Channel 1. Meinst du minus X, SSH-X oder wirklich SSH-Y? Ich glaube, du meinst SSH-X, oder? Nee, das gibt es beides. Nein, sag bloß. Ich glaube, es hat irgendeinen Unterschied, was das macht. Ja. So. Also der jammert jetzt hier rum, dass er XRDB nicht hat. XRDB. Sehr cool. Der Spacebo schreibt. Sorry, ich unterbricht dich gerade. Nee, alles gut. Mach du erst mal weiter gerne. Ansonsten schreibt der Spacebo. Ich kann ein PPA empfehlen, und zwar XRDB minus EGFX. Das nutzt ein XRDB mit GPU-Unterstützung. Das ist natürlich an sich sehr interessant. Y kann etwas mehr. Okay. Okay, gut zu wissen. Wieder was gelernt. Dankeschön. XRDB-EGFX. Benutzt das die GPU auf Klein- oder auf Server-Seite? Wahrscheinlich auf Klein-Seite, ne? Auf Server-Seite, hätte ich gesagt. Okay. Ich hätte gesagt Server-Seite. Jedenfalls macht es so für mich Sinn. Der Quali schreibt, ich benutze Rust-Desk sehr, sehr gerne. Ist an sich natürlich auch eine coole Sache. AnyDesk gibt es ja, TeamViewer und so weiter. Und noch ein paar andere Dinger. Ich würde sagen, die kann man auch nicht komplett, ohne, ja, muss man auch mit in Betracht ziehen. Die können manche mehr, manche weniger. Ich glaube, in die Richtung gehen wir gar nicht heute. Aber an sich ist das auch eine Idee. Also beispielsweise Rust-Desk kannst du auch deinen eigenen Server relativ easy einstellen. Und so für die Remote-Sachen funktioniert das erstaunlich gut. Das stimmt. Also ich mache da mit der Fernwartung ganz viel im Linux-Support. Und quasi keine Probleme. Das ist wirklich schön. Hat zwar nicht so viele Funktionen. Doch ich glaube, ich kann Audio-Eingabe sogar oder Audio übertragen. Also so zum Reihenarbeiten reicht es wahrscheinlich auch. Ist eine Idee. Also muss man sagen, wir schauen da natürlich mehr auf die Sachen, die auf deinem Server selber laufen, also wo du keinen dritten brauchst. Also bei Rust-Desk kannst du der dritte Mann auch sein. Oder ja, bei Rust-Desk vor allen Dingen. Bei denen, die wir uns anschauen, hast du sozusagen eine Direktverbindung. Da hast du keinen dritten Mann, sagen wir es mal so. Ähm, dazwischen. Und, äh, genau. Ja. So, aber so richtig will das nicht, ne? Ne, vielleicht muss ich das noch anders einstellen. Muss ich da einen Port angeben? Also, ich habe hier geguckt. Hier bei SS-Klücken. Kann ich gucken auf dem Port 5901, was läuft. Ja, und es läuft was drauf. Und er sagt mir hier, das soll da sein. Aber, ja, und XRDP, No Search, Fire Directory, die Zahlen da unten, sind auch aus dem Blog oder ist das was anderes? Oder, ach so, okay. X Resources, ja, mal gucken. Genau, Server-Shift-Space-Bow. Beim normalen XR... Sorry, mach du erst mal. Ich will hier nicht reinreden. Äh, beim normalen XRP wird die CPU zum Rendern des Bildes genutzt. Deshalb ist es teilweise so hakelig. Mit dem EGFX nimmt er die GPU des RDP-Hosts, ne? Denke ich mir. Dachte ich mir. Ähm, Hauke, gib mal die Tide-VNC IP auf der Kommandozeile ein mit 1. Mit Doppelpunkt 1 schreibt er. Ich weiß nicht, was du... Ja, also, Idee war ja, das Ganze auch hier über Remina zu machen. Aber an einer Stelle klemmt das. Also, von daher schrittweise ran tasten. X-Zeit. Apache Gurkamole für Remote Desktop finde ich persönlich sehr gut. Das ist auch so eine Sache, die müsste ich mir auch mal anschauen, ne? Das ist, ähm... Ja, ich hab viel davon gehört. Beispielsweise E-Group, wer nutzt es standardmäßig, wer das kennt. Ähm, äh... Aber... Ne, benutzt hab ich's noch nicht. Ah, okay, jetzt machst du das hier, ne? Doppelpunkt 1. Zusammengeschrieben, glaub ich. Zusammen? Ich hätte es jetzt zusammengeschrieben. Wo war das zum Abschreiben? Ach so. Ach so, ja, okay. Loll, das... Also, wirklich, okay, ja. Huch. Ach, weil du ja schon über VNC über den anderen bist. Ne, ne, also, das macht der... Also, der ist jetzt abgestürzt, ne? Ach so, der ist abgestürzt, okay. Die ganze VM hat sich jetzt einmal die Gritsche gemacht, aber... Kann das sein, dass der irgendwie... Ne, das dürfte eigentlich nicht passieren, oder? Weil das VNC, was wir jetzt hier rüber steuern, Das ist ja das VNC von dem Proxmox-Server und nicht von dem eigentlichen Server. Ja. Also, von daher, das darf nicht miteinander kollidieren. Das sollte auch nicht miteinander kollidieren. So, aber ich probiere jetzt auch nochmal. Also, einmal statt dem Remina. Ich weiß nicht, was ich geschrieben habe. Ich hab Apache Guacomolo geschrieben. Guacomoloco. Loco, ja, genau. So, gut. Ja, also, bis jetzt Einfachheit. Die Punkte schmelzen dahin, ne? Ja, aber vielleicht haben wir jetzt auch wirklich das Ungünstigste genommen, was man nehmen kann. Ich denke, das spiegelt eine ganz gute Erfahrung an, weil das ist ungefähr meine gleiche Erfahrung mit VNC. Zusammen. Unable to connect. Also, der... Ach so, der startet nie automatisch hoch. Okay. Also... Okay, jetzt bin ich mal gespannt, ne? Wir könnten ja auch eine Dokumentation lesen, aber das ist ja so uncool. Genau. Dann bin ich den jetzt... Okay. Das musst du auf dem Client eingeben, dieses... Ich will aber... Ähm... Dieses X-Tite-VNC-Server mit der... Ähm, ne. Genau, X-Tite-VNC-IP-1, das musst du auf dem Client eingeben. Sagt jedenfalls der Chat. Das stimmt. Aber wie habe ich denn gerade eben den Server gestartet? Ich hoffe, äh, mit X-Tite-VNC-Server, glaube ich. Ach, da kommt kein X vor. Also, da heißt so... Mit Sudo. Tite-VNC-Server. So. So, genau. Jetzt läuft das wieder. Und... Schwupp. Will ein Passwort haben. Godnet-Aquire-Name-Aus. Okay. Äh, Moment, Moment, Moment. Das kommen wir... Irgendwie bekannt vor. Hier hatte ich für... Das ist ja ungefähr zwei Jahre. Hier hatte ich schon eben mal rausgepuzzelt. Dass ich für XRDP das festlegen muss. Und da steht ja auch Debus drin. Wenn ich das jetzt da reinschreibe. Ja, probier's mal. Äh, Doxbird schreibt bei dem ganzen Gefrickel VNC-Nullpunkte. Ja. Ah. Mal schauen, mal schauen. Aber bis jetzt, ähm... Von den Zehen sind wir jedenfalls ein bisschen entfernt, würde ich mal sagen. Hüpp. So machen. Ja, ist jetzt wie bei SSH drin. Hast du's mal reingefügt? Genau. Jetzt hab ich diese Datei hier. Die X-Session. Also minus U. Also dieses Session-Manager und U, die Session-Buzz-Adress. Das finde ich wild. Das ist einfach so im Großbuchstaben ohne Variablen-Namen oder Variablen-Verweis da. Aber das ist Magie. Ich weiß es nicht. Aus irgendeinem Grund hab ich das da mal rausgefummelt. Das war irgendein Hinweis, den ich bei der Recherche gefunden habe, dass man das so machen sollte für das. Also wir haben jedenfalls keine Fehlermeldung mehr, ne? Ja. Ich find, der Desktop sieht ein bisschen eintönig aus. Ich find, die anderen stellen das besser da. Ein bisschen grau vielleicht. Aber nur vielleicht. Vielleicht, vielleicht. Wenn man genau hinguckt, ja. Der Endgegner ist der Citrix-Receiver mit Remote-Desktop-Zugriff zu konfigurieren, mit Xen-Desktop-Aufstellung und Clients. Das hat richtig Spaß. Ja, Citrix ist sehr interessant. Habe ich jetzt einen Kunden, der das auch ganz viel nutzt? Ich musste mich damit Gott sei Dank noch nicht beschäftigen. Der hat das irgendwie anders. Aber er nutzt ganz viel Citrix, ja. Ach, so ein Desktop, ja. Schlicht und elegant, weniger ist mehr. Ja, ihr habt recht. Also in der Hinsicht, äh, Performance ist eine glatte 10. Punktionalität, ich finde, da hängt er ein bisschen. Na, so ist das. Ja, ja. Aber gut, also Spaß gemacht hat's auf jeden Fall. Aber sowas richtiges rausbekommen auch mal nicht, ne? Äh, aber es gab ja noch einen Hinweis, ich soll ja den anderen nochmal nehmen. Den Tiger VNC, glaube ich, war das. Den Tiger VNC-Sorver, ne? Den Tiger VNC-Sorver, ne? Den Tiger VNC-Sorver, ne? Den Tiger VNC-Sorver, ne? Ich schaue mal nach. Tiger VNC, genau. Ja. Was ist denn? Okay, ne, Tiger VNC passt, okay. Also, Tide VNC, es tut uns leid. Und, äh, also ich sag mal, ne, Performance gebe ich ihm eine 10, aber Einfachheit und Funktionalität, da ist ein bisschen weniger, ne? Da muss ich schon sagen. So, machen wir mal Summe. Zack. Mit Doppeli. Nein, den hier. Ich weiß nicht, ob die Summe so ausschlagkräftig. Ich habe währenddessen ganz heimlich, ähm, bei RDP die Einfachheit, glaube ich, ein bisschen nach oben gesetzt. Genau. Ah, du bist ja einer. Ich bin richtig fieser. Aber, äh, ich glaube, die Punkte, die machen sowieso so semi-Sinn. Ich weiß nicht, ob ich die lassen würde. Schauen wir mal. Ähm, Nachtrag zum Minus Y beim SSH. Diese Option aktiviert vertrauenswürdige X11-Weiterleitung. Dabei wird der Remote Host als vertrauenswürdig betrachtet und hat vollen Zugriff auf den X-Server des lokalen Rechners. Also etwas unsicherer im Falle eines Falles. Okay. Ja. Ähm, Hauke schreibt, stoppe mal die VNC auf dem Server. Naja. Ähm, Niklas TV Play schreibt, es wird wohl nix. Genau, 20 Cent in die Nix-Kasse. Ei, 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 stimmt. Ja. So. Der Stream passt ja perfekt zur Podcast-Folge, wo über das Thema gesprochen wurde. Ja, ähm, ähm, das war ja, Moment, vorletzten Donnerstag. Denn in diesem Donnerstag haben wir ja auch wieder den Tux Flash. Und da haben, äh, äh, Michael und ich, äh, auch darüber gesprochen. Und, äh, die Ideen mit Rust-Desk und diesen ganzen anderen Systemen, die eigentlich ja eher für die Fernwartung sind, finde ich, sind noch irgendwie ein bisschen was anderes als diese Protokolle hier, die, oder diese Lösungen, die auch dafür gedacht sind, dass man da wirklich arbeitet. Also, äh, also irgendwie fühlt sich das so ein bisschen anders an, auch wenn es halt sehr ähnlich ist. Also, so ein Rust-Desk ist für kurzes mal eingreifen, aber nicht dafür, dass ich auf einem anderen System, ähm, eine Dauersitzung für, für Büroanwendungen oder sonst was habe. Das fühlt sich irgendwie falsch an, auch wenn man das damit irgendwie, irgendwie machen kann. Ich würde es nicht ausschließen, bin ich ehrlich. Ähm, gar nicht. Nur die Sache ist bei, ähm, Rust-Desk halt, dass du nur eine Sitzung haben kannst. RDP kann ganz viele Sitzungen haben. Ähm, X2Go wahrscheinlich auch. VNC in der Regel eigentlich nicht. Meine ich. Also, es gibt da was, glaube ich, aber so richtig, ja, auskennt tue ich mich dann damit nicht mit Multi-User-Support für VNC. Nee, ähm, stimmt. Also, da, da müsste man irgendwie was basteln, ne? Man kann ja die, äh, verrücktesten Dinge machen. Aber da hatten wir letztes Mal eine Anfrage, ähm, wo das genau jemand gemacht hat. Ja. Auf dem alten System und wollte das wieder machen und es funktionierte nicht. Naja. Ach, das sind diese Computerarchäologie, äh, Projekte. So ein System, was irgendwie zehn Jahre alt ist, immer so seinen Dienst getan hat und, äh, irgendjemand, äh, fällt es dann mal auf. Ah, ist das eigentlich so gut, dass das so, äh, so lange schon läuft und irgendwie am Netz rumhängt und, wie ist das mit Sicherheit? Gibt es da Sicherheitslücken? Nein, nein. Das läuft schon. So, ähm, jetzt habe ich, äh, hab ich. Jetzt kommt der Fünfer für die Kasse. Wird es für Mode Desktop Service auch irgendwann im Linux Assistant geben? Ähm, also der Fünfer, der ist auf jeden Fall gut geschrieben. Das ist eine gute Frage, ähm, noch nie nachgedacht drüber, bin ich ehrlich. Ist eventuell eine Idee. Aber, ja, ich schreibe es mal auf als Feature. Ne? Kann man nicht, kann ja mal nicht schaden, dass wir es mal aufgeschrieben haben. Die Doppelpunkt 1 musst du auch in Remina angeben, schreibt Scrubbler75. Ah, okay, okay, ja. Aber das musst du auch wieder wissen, ne? Ja. Also, äh, es ist wahrscheinlich irgendwo alles dokumentiert. Aber die anderen Sachen, die wir jetzt so hatten, die, äh, da musst du keine Doku vorlesen. Also, würde ich mal sagen. Jedenfalls nicht mit diesem Allgemeinwissen, was wir so hatten. Äh, so, für den, äh, Tiger VNC, also ich, ich installiere den jetzt mal auf derselben Maschine hier drauf. Der Tiger VNC. Mal gucken, ob das überhaupt funktioniert. Prinzipiell, oder auch uns gleich wieder die Maschine abbraucht. Das wäre top, schreibt Quali. Ja, also, äh, hm, ich schreibe es mal auf für den Linux Assistant. Ähm, aber das ist ja auch tatsächlich nicht untypisch, dass ich Projekte für etwas baue. Und dann andere Leute meinen so, hey, du könntest noch das und das und das einbauen. Das wäre eine volle coole Idee. Und häufig ist es auch die coole Idee. Also, von daher, äh, beispielsweise Rechnungs, äh, Assistant. Das könnte sein, dass der größer wird als gedacht. Langfristig. Da bin ich gerade so ein bisschen in der Abwägung drin. Das war eigentlich nur ein kleines Nebenprojekt. Aber es könnte sein, dass daraus mehr wird. Ähm, aber dann möchte ich erst mal nicht mehr sein. Okay, eigentlich wollte ich ja bloß meine Einkaufszettel sortiert eingeben. Und dann... Habe ich mir direkt eher eine SAP-Zertifizierung geholt und gesagt, das kann ich besser. Ja. So, ähm, was brauche ich genau das hier? So, mal gucken. Einmal den Tiger VNC Minus Viewer installieren. So, wo ist der Spicker hier oben? Mal gucken, ob wir jedenfalls auf demselben System mit dem Krempel hier das hinkriegen. Denn in einer temporären Datei wird wohl so ein Zufallspasswort abgelegt. Was auch noch binär ist, ließ sich jedenfalls nicht richtig anzeigen. So. Aber das funktioniert. Okay, also was hast du jetzt gemacht? Du hast ja jetzt war ich zu schnell, zu langsam. Ich hab auf demselben System... Ah, okay. Das hast du mal ausgeführt jetzt, ne? Ja, genau. Auf Localhost. So. Ist auf demselben System und trotzdem noch ein bisschen langsamer, ne? Ja, das Ganze in dem NoVNC drin. Ach so, okay. Tiger VNC Server und Client auf derselben Maschine. Also, ähm, bloß einmal umzugucken, ob es funktioniert. Und ja, es funktioniert. Und wir haben nicht mal diese Grafikfehler da drum. Also, prinzipiell klappt das schon mal. Und wenn ich jetzt nochmal den Remina bemühe und dieses Mal auch, ähm, ne, da ist es. Doppelpunkt 1 anfüge. Mal gucken, ob das jetzt klappt. Computer sagt nein. Da kann ich ja wirklich nein. Hm. Vielleicht müssen wir das irgendwo anders angeben. Repeater vielleicht da auf D1? Wenn du auf Repeater auf 1, ich weiß nicht, auf Repeater auf 1 setzt und dafür den Doppelpunkt rausschmeißt? Ich glaub eher nicht. Ich weiß es nicht. Aber... Hm, glaub ich nicht, ne? Nee. Macht irgendwas anderes. Also, ich könnte mir jetzt auch vorstellen. Also, ich hab ja hier diese... Also, es sagt dem her genau, was ich das machen soll. Bei PassWD soll ich diese Datei hier angeben. Diese temporäre Datei. Und, ähm, ja. Hey. Hex Dump. Mal gucken. Da haben wir sowas drin, so in Hex-Werte. So. Das scheint ja das temporäre Passwort für das ganze Dings zu sein. Jetzt nochmal gucke. Wenn ich das jetzt alles nochmal abschieße. Und... Nee, nicht die Taste. Damit mache ich das Finstern. Mhm. Samuel fragt, welchen Browser nutzt du privat aktuell? Ja, das hatten wir ja letztens in dem... In dem Video auf Linux Guides. Ähm, ich nutze aktuell privat relativ viel Google Chrome. Ähm, Chromium und Firefox. Also, die drei so ein bisschen. Ich wollte Google Chrome jetzt nicht zu hoch halten in dem Video. Weil, ähm, so zu 100% richtig finde ich das auch nicht. Es ist gerade nur sehr viel Bequemlichkeit dabei. Warum ich nicht wechsle. Eigentlich müsste ich einfach so nochmal zu Chromium wechseln. Weil ich nutze eigentlich keine Features von Google Chrome selber. Und die zweimal, wo ich im Monat, wenn überhaupt, eine Serie schaue, die kann ich mir auch sparen. Von daher ist es gerade nur sehr viel, ähm, Gewohnheit, ne? Ähm, genau. Ansonsten, ähm, können wir ja gleich nochmal kurz auf die Umfrage kommen. Ich, ähm, veröffentliche ich das gleich nochmal. Oder ich veröffentliche das nochmal als Grafik. Ähm, aber, ähm, rat mal, was auf Platz 2 gekommen ist in der Browsernutzung, Hauke. Ich habe ja gefragt, meine Zuschauer, ähm, was für Browser nutzen die? Also, als Hauptbrowser. Als Hauptbrowser auf Platz 1? Was sagst du? Ähm, mal überlegen, was für eine Zuschauergruppe hast du? Eher, ich würde sogar sagen, Chrom. Die nutzen alle Microsoft Edge. Nenn Spaß. Ähm, ne, äh, Firefox. Firefox ist auf Platz 1. Echt? Okay. Und auf Platz 2 ist? Ähm, ja, also, das ist jetzt schwierig. Hätte ich jetzt so nicht erwartet. Ähm, äh, dann vielleicht Chromium? Äh, Chromium ist ganz hinten. Hat, glaube ich, keine einzige Stimme als Hauptbrowser bekommen. Gar nicht. Das hat mich sehr verwundert. Äh, Platz 2 ist Brave. Und dann kommt Google Chrome, glaube ich. Ja, genau. Ja. Genau, Firefox und dann Brave. Kann sein, dass ihr auch schon die Ergebnisse sehen könnt. Das weiß ich gar nicht. Aber ich veröffentliche das auf jeden Fall nochmal groß. Ne? Aber es hat mich, ähm, stark beeindruckt. Hätte ich nicht erwartet, so die Ergebnisse. Auch das Firefox, dass die Firefox-Nutzung so extrem hoch ist. Die ist über 50% gewesen. Also war kein knappes Rennen auch. Äh, was für eine Programmiersprache schreibst du deiner Anwendung? Ähm, die Linux-System schreibe ich in Flutter. Mit Dart ist das als Programmiersprache. So, und da wird wieder gefeiert, gut. Eieiei, da hat irgendjemand Geburtstag. Ich mach mal ganz schnell das Fenster zu. Der Reinhard hat Geburtstag, ne? Ach, der Reinhard war's? Der Reinhard. Reinhard. Nicht verwechseln mit dem Reinhard. Der hatte gestern. Ach so, okay. Alles Gute, ne? Jaja, alles Gute Reinhard, ne? Äh, alles Gute. Ja. Jetzt auch wenigstens mal richtig. Nein, Spaß. So, gut. Was war die jetzt überhaupt noch? Tiger. Hauke, hast du das PW aus dem gespeicherten Profil bei Remina? Schreibt's, komm klar. Chrome Remote Desktop müsste man auch erwähnen. Den kenn ich selber gar nicht, bin ich ehrlich. Können wir gleich mal reinschauen. Chrome Remote Desktop. So, mal komm, mal wieder jetzt. Also, was ich da jetzt... Gibt's sogar. Einfache Möglichkeit, sich mit dem Computer zu Hause und im Büro zu verbinden. Mhm. Das ist interessant. Gut, gut. Aber ich, äh, ich schalte mal auf dich. Ich schalte mal auf dich. A Chrome Remote Desktop, ne? Hab ich mal kurz. A Chrome Remote Desktop? Ja, aber da muss man sich über einen Google Account anmelden. Ach so. Ja, okay. Hm. Gut, macht für Google natürlich Sinn, aber... Ja. Brave als Browser ist gut, nur irgendwie trau ich Brave nicht. Die haben sich zu viele Dinge in der Vergangenheit geleistet, schreibt Rorix. Ganz ehrlich, ich hab... Ich bin auch nicht so zu 100% warm mit Brave. Deswegen hab ich's auch nicht so krass in meinem Video empfohlen. Aber du hast viel Brave, ne? So, aber wie sieht das jetzt mit X-Tiger-VNC aus? Bring mal das halbwegs gut hin, oder was? Ähm, also, was ich jetzt... Also, ihr auf demselben System, Server und Client laufen lassen, das hat ja sehr gut funktioniert. Und darum dachte ich mir, ich nehme mir jetzt von dem Server diese Datei hier, wo dieses Passwort, binär Passwort drin ist, nehme das einfach, kopiere mir das auf mein anderes System hier rüber und auch diese ganze Zeile hier, die nehme ich dann auch. Und versuche das damit zu starten. Starten. Und da sagt er mir, can't open display. Okay. Das weiß auch nix. Nebenbei, während du da nochmal ein bisschen rumfuhrwerkst, ich zeig euch nochmal die Formularauswertung. Das ist das erste Mal, dass ich es in der Nextort probiert hab. Wir haben jetzt 402 Antworten, das ist nochmal ein bisschen gewachsen. Ähm, und schaut mal, hier, 56% Mozilla Firefox, 21% Brave, damit haben wir schon über 75% nutzen Firefox und Brave. Und dann 6% Chrome, bisschen die ProWolf, Vivaldi, Vivaldi und andere sind dann schon gleich, also andere sind einzelne Antworten nochmal. Ähm, Opera, an Google Chromium, Microsoft Edge, Chromium, Safari, Waterfox, Tor Browser. Äh, quasi nutzt, nutzt quasi, nutzt quasi keiner, ne? Ganz, ganz wenig nur. Ähm, und dann die regelmäßigen Browser, was man noch zusätzlich verwendet, das ist ungefähr das gleiche Bild. Chromium ist ein bisschen stärker. An Google Chromium kommt hier mal vor. Ähm, genau. Ja, also, äh, tatsächlich cool. Und die englische, äh, ich hab ja auch einen englischen Kanal, das hab ich auch auf Englisch gemacht, ist, ähm, ein bisschen anders, ne? Da gibt's mehr LibroWolf. Aber die ist auch nicht so aussagekräftig, 21 Antworten im Englischen, ne? Das kann man jetzt erstmal nicht so nehmen. Gut, aber das veröffentliche ich euch nochmal schön über, ähm, Mastodon, Instagram, YouTube-Beiträge und so weiter. Das kommt dann noch. Stand der Internet Explorer zur Auswahl, den hab ich leider vergessen, das tut mir sehr leid. Ja, dann wär der natürlich auf die Eins gegangen, ne? Vorhin kam der Tipp noch mit Leerzeichen vor, Doppelpunkt bei Reminar. Schreibt Nefetz, wenn dir das was hilft. Kann ich auch nochmal probieren, aber... Wenigstens hat der Englische auch schon 21, äh, hier Aufrufe, ne? Sozusagen. Also von daher würde ich das jetzt erstmal lassen mit dem... Ja, also, ähm, VNC, Tiger VNC hat, äh, sogar 0, 0, 0, 0, ne? Ja, also an einer Stelle, äh, an einer Stelle hängt das da irgendwie, man, also ich hab jetzt auch auf die Schnelle keine Option gefunden, dass ich die direkten Passwort setzen könnte. Ich kann so eine Passwort-Datei setzen, aber, ja, ja. Ja, ich finde, die Sache ist, ähm, das widerspiegelt genau meine Erfahrung auch mit VNC-Server ab. Ähm, ich hab's, ich glaube, ich hab's dann irgendwann zum Laufen bekommen, aber lange her. Ich wüsste es auch nicht, wie, ich glaub, ich hab's ja auch nicht aufgeschrieben, es ist lange her. Von daher, ähm, ja, ähm, blöd zu nutzen, ne? Ja. In gewisser Weise. Schade. Dann würde ich sagen, geht's weiter, oder? Mit den nächsten Technologien, die wir noch haben. Dann, was hatte ich da noch? Ja, ähm, da. So, hüpp. VNC, genau, ja. Ja. XDMCP. Da muss ich eigentlich nichts, äh, weiter konfigurieren. Da gibt es beim Arch-Wiki, das ist, ähm, also auch unabhängig davon, ob man jetzt ein Arch benutzt oder nicht. Da stehen häufig sehr gute Sachen drin, die sich auch auf anderen Distributionen super verwenden lassen. Also sehr viel technisches Hintergrundwissen zu Konfigurationssachen und so weiter. Und da stehen jetzt die Konfigurationsoptionen für XDM-CP, was standardmäßig deaktiviert ist. Drinnen für den XDM zum Beispiel GDM, äh, Light-DM, ich glaub, den Light-DM brauchen wir, ne? Bei... Äh, ja, ich würd's über Light-DM machen. Aber der Light-DM ist ja schon drauf, meine ich, ne? Du hast ja schon den Light-DM drauf. Ja. Ja, genau. Äh, ne, so. Chrome, Firefox, Chrome auf 1, Firefox 2, Edge auf 3, ne? Sag los. Also ich hab auch mehrere Leute im Support, die den Microsoft Edge nutzen, witzigerweise, ne? Hätt ich am Anfang... Also viele Umsteiger nutzen den. Hätt ich am Anfang nie gedacht. Nie. Nie. Aber an sich natürlich ganz schön, dass Microsoft das auch für Linux anbietet, weil damit fühlen sich Linux-Umsteiger natürlich ein bisschen besser. NX-No-Machine, beziehungsweise Free NX, nicht vergessen als Option, gibt's nochmal? Also, ähm... Achso, ich glaub, das ist aber, äh, Browser-mäßig, ne? Ähm... Ähm, nee, nee, also das, ähm, ist ja die, was ich vorhin, äh, meinte. Also das, worauf X2Go aufbaut. Aber, Moment, versteht das? Firefox ist in Deutschland sehr beliebt, schreibt Matthias. Ich weiß, Konrad, das stimmt, ja. Aber im englischsprachigen Bereich, beziehungsweise im globalen Bereich, wo ich gefragt hab, sind nur 21 Stimmen, ist da Firefox aber auch ganz klar vorne, ne? In der Linux-Welt, ganz klar. Muss man sagen. Ach. Naja. Mobil, ähm, muss ja auch... Mobil, Firefox... Naja. Ja, Firefox-Mobil, damit hab ich nicht so die besten Erfahrungen gemacht. Und der Beinhard hat morgen Geburtstag, auf jeden Fall. Dem müssen wir dann ein schönes Ständchen singen. Der Beinhard? Der Beinhard. Sehr schön. Gut, ähm, aber, ähm, ich glaube, dann sind wir da jetzt mit XD-MCP im Rennen. Genau. Ich finde das ganz schön. Wir müssen die Aufgabenverteilung häufiger so machen, dass ich hier einfach nur da bin und blöde Kommentare gebe. Ja. Und du währenddessen hier schuftest, bis, ähm, genau, bis die Sonne aufgeht. Oder bis Beinhard Geburtstag hat. Weil, da sind wir eingeladen. Wer ist eigentlich dieser, dieser Beinhard? Äh. So, mal gucken. Was soll man denn machen? Also, enable soll ich machen, äh, machen on Port 177. Genau, 177 auf UDP, wartet er. Er wartet auf Anfragen von dem Typ Query. Ja. Mhm. Also, gibt's das noch? Ja, gibt's noch sehr schön. So, einmal neu. Und konnte der auch hier? Nee. Der konnte das nicht. Der Remina kann das, glaube ich, als Plugin. Also, habe ich gesehen auf der Remina-Seite. Ich war jetzt eben kurz auf der Remina-Seite. Da steht es auf jeden Fall mit aufgelistet. Ähm, meine ich. Äh. Wo habe ich es verpeilt? Äh, XD-M. Ja, XD-MCP. Ist deprecated since 1.4.20. Seit 1.4.20 gibt's das nicht mehr in Remina. Eventuell. Mhm. Also, hier ein extra Paket sehe ich auch nicht dafür. Siehst du auch nicht, ne? Also, es gibt noch X2Go ein extra Paket dafür, dass man das nach installieren könnte. Aber XD-MCP ist jedenfalls Seite 1.4.20 nicht mehr unterstützt. Genau, wie NX-Plugin-Features, die sind auch nicht mehr unterstützt. In der Seite 1.4.20. Aber da habe ich mal was rausgesucht. Denn über X-Nest soll man das auch machen können. Und, ja, das ist gleich zu viel. 4, 2, 7, 6, 8. So. Da hast du ihn installiert. Aha. Also, das ist so eins von diesen sehr, sehr grundlegenden X11-Programmen, die es auch quasi immer schon gegeben hat. Mhm. So, genau. Das läuft ja zügig auch, ne? Also, das ist die Variante, um XD-MCP in einem Fenster zu machen. Man kann das auch anders machen, indem man einen, äh, einen neuen, Moment, warum ist das jetzt? Einen neuen X-Client auf einem anderen Terminal öffnet. Also, dann kannst du mit hier STG-Alt, F1, F2 und so weiter. Und dann, äh, normalerweise hast du ja auf F7, die grafische Sitzung drauf. Genau, genau. Und du kannst auch mehrere parallel dazu machen. Das habe ich früher gemacht. Mhm. Ja, genau. Äh, und da hatte ich dann diese Vollbildsitzung, konnte man auf meinen, äh, Rechner, der Lernen gemacht hat, dann zugreifen. Und vor dem relativ ruhigen, äh, Gerät habe ich dann vorgesessen. Und das hat super funktioniert. Okay. XD-MCP ist tot, weil X-Server, schreibt Rorix. Ja, das ist auch interessant mit X2Go natürlich, ne? Äh, da habe ich mal mit dem Haupt-Maintainer, müsste das sein, ähm, Stefan Bauer ist der Maintainer von X2Go, meine ich, ne? Mit dem habe ich mich mal darüber unterhalten. Und, ähm, hm, so richtig, was bei rauskam, jedenfalls nicht in der Hinsicht, dass die da jetzt richtig groß auf Wayland gehen, ähm, ist, glaube ich, bis jetzt noch nicht vorgesehen, aber möglich wäre es irgendwie, hat er gemeint. Oder jedenfalls, also er hat sich komplett ausgeschlossen. Aber ich habe jetzt noch keine großen Initiativen diesbezüglich gesehen. Kann sein, dass sich das mal geändert hat, das war mein Stand von März diesen Jahres. Auch schon wieder, ja. Nee, Abkrieg war's. Egal. Ja, das hatten wir auch in dem Tux-Flash, ähm, äh, was dann passiert, also mit X2Go, das wird ja natürlich schwierig. Ähm, das, ähm, oder mehr oder weniger Sinn der ganzen Sache ist ja, dass du dieses NX-Protokoll, was ja damals von NoMachine kam, und da auch in einer irgendwie modifizierten Variante weiterverwendet wird, ähm, äh, eingebaut ist. Und die, äh, dieses Programm, worüber man die Profile anlegt, die Einstellung macht und so, das ist ja so ein bisschen spückendes Beiwerk, so ganz grob gesehen. Der Hauptkern davon, äh, ist ja wirklich dieses NX-Protokoll mit diesen Features. Und wenn du jetzt mit Wayland was machen wolltest, dann müsstest du ja eigentlich komplett noch mal von vorne anfangen. Ja, genau. Und dann kannst du, das ist so viel Arbeit, denke ich mal, das für Wayland neu zu implementieren auf anderem Wege, dass noch mal so eine Oberfläche, die so ähnlich ist, wie die von X2Go ist, eher nicht so kompliziert ist. Also von daher kann ich mir vorstellen, dass sie bei, ähm, X2Go eher sagen, naja gut, wenn, wenn es X nicht mehr gibt, dann lassen wir es auch. Es gibt genügend andere Sachen. Also es sieht jedenfalls ein bisschen danach aus, ne, was ich so rausgehört habe auch, ja. Ähm, aber ich glaube, der X-Server wird uns noch länger begleiten, als wir glauben. Das ist so ein bisschen mein Call. Also, zehn Jahre, zehn, 15 Jahre haben wir den bestimmt noch. Ja, gebe ich ihm auch noch, ja. Und was wir jetzt das erste Mal haben, wir haben den ersten Absturz, äh, oder den, den ersten mit, äh, irgendwas, wo nicht die komplette Maschine weg ist. Also, ne, es, es geht nichts mehr. Ja, schön. Also, X-Nest ist, äh, weg. Ah, jetzt, jetzt ist der da wieder drin. Ja, naja, also es geht ja schnell mit dem Neustart, aber jetzt ein paar Mal hin und her. Okay, jetzt geht's. Ja gut, aber da kannst du dann auch, also, Einfachheit würde ich eine 5 geben, um ehrlich zu sein, oder? Ach nee. Oder ne, ne, ich gebe ihm mal eine 5. Ich glaube, es war nicht so superschwer, aber auch nicht so supergut. Ähm, Performance. Also, es, ähm. Boah, na, nicht so richtig, ne? Verschieden, ne? Also, teilweise ist es gar nicht so schlecht, aber andererseits... Ja. Ja. Das sieht ja halbwegs gut aus. Dann kannst du mal auf unser Lieblingslesezeichen gehen. Mal schauen, wie das aussieht. Aber wenn das natürlich immer wieder abschmiert, dann müssen wir mal aufpassen, dann kannst du es natürlich so erstmal, jedenfalls so steinmäßig nicht nutzen, natürlich. Aber ich glaube, funktionalitätsmäßig sind wir da auf einem Minimum wie NoVNC, meine ich, ne? Ich glaube, viel mehr Funktionalität als das bekommst du gar nicht hin. Ich weiß nicht, ob du die Zwischenablage oder sowas hast. Hm. Aber dafür ist das Video gut, ne? Das kannst du, da kannst du nicht sagen. Also, für unsere Verhältnisse, ne? Man muss sagen, ähm, wir sehen auf Haukes Bildschirm auch tatsächlich das nur Remote. Also, von daher bitte, ähm, genau. Ja, das ja mal mit Vorsicht genießen. Genau, aber es sieht an sich eigentlich okay aus, würde ich sagen. Aber dafür, also, ich würde Performance 6 geben eben dadurch, weil das Menü doch ein bisschen fies ist. Ähm, wollen wir Funktionalität, da hätte ich wieder zwei oder drei gemacht, weil so viel mehr wirst du wahrscheinlich nicht machen können. Ich glaube, Zwischenablage wirst du nicht haben, Drucker, sowas auch nicht. Stimmt, Zwischenablage. Das haben wir ja noch gar nicht probiert. Will ich jetzt einfach mal aus Nehme kopieren und bekomme ich das hier. Ich kann es nicht, bin ich ehrlich. Ne, das geht nicht. Ne. Also, ich sage mal Funktionalität auch zwei, ne? Wieder NoVNC, da sind wir mal, weil das ist ja quasi die gleiche Funktionalität, die wir haben. Zumal wir ja bei XDMCP noch die Abhängigkeit von X.org haben. Bei VNC weiß ich es nicht. Bei vielen anderen ja auch eine X.org haben wir es auf jeden Fall. Und was hatten wir dann noch? Ähm, RDP, X-RDP natürlich ist auch nur X-Server, ne? Nebenbei. Einfach mal so ein Call raus. Das wird sich auch ändern müssen. Und das wird dann spannend nochmal. Also von daher, ich glaube, das braucht noch so ein bisschen Zeit, bis wirklich X.org zu Ende hat. Ich glaube, vor allem in diesem Bereich bleibt der X-Server noch viel, viel länger bestehen. Weil wir einfach viel zu wenig Optionen dafür haben. Oder wir haben das erste Remote-Dings, was ich kenne, was über VNC läuft, ist Rustisk. Sonst wüsste ich jetzt nichts, bin ich ehrlich. Vielleicht noch ein VNC. Äh, Mesh Central, kann das sowas? Das weiß ich nicht. Das sagt mir auch nichts, bin ich ehrlich. Ja. Aber gut, dann haben wir der XDMCP fertig. Der ist ein bisschen besser als, ne, ein bisschen schlechter als NoVNC, weil die Einfachheit natürlich nicht so groß gegeben ist, ja. Also NoVNC Proxmox hat 15 Punkte, kann ich euch mal zeigen. Ähm, und XDMCP ist ein bisschen schlechter. Wobei es mir bei den, äh, XDMCP so vorkommt, als ob es das flüssigste Videobild überhaupt hat. Also bei der Videowiedergabe. Das, ja, das Menü war ein bisschen hakelig. Also es ist irgendwie komisch, ne? Mhm. Dass die einen besser Menüs darstellen können und die anderen... Ganz ehrlich, da würde ich aber lieber dem Menü ein bisschen mehr, äh, ähm, ähm, Gewichtung geben, weil du ja wahrscheinlich mehr solche Sachen machst, als Videos anschaust. Ja. Das stimmt. Gut, gut. Ja, dann haben wir das soweit. Oder willst du da nochmal was? Nö, nö, nö. Spice. Jetzt geht's in Richtung Spice. Ich darf das nicht drücken. Alter 4, oder? Ne, STG und W. Nee, ich möchte das Ding löschen. Aber wenn ich das mache, mache ich ja das Browserfenster zu. Also. Ist das da noch drin? Genau. Spice. Sehr schwierig. So. Den soll ich da wohl nachinstallieren, damit das irgendwie besser läuft. Ich glaube, ich kann dem sogar mal Neustart. Ja. Soll das noch irgendwie optimieren. Mhm. Und. Debian. Ach so, ähm, das Ganze läuft jetzt wieder über Proxmox. Also hier oben habe ich ja mal gemacht, da drauf nur VNC. Und da gibt es auch noch Spice. Damit bekomme ich jetzt so eine pve-spice.vv-Datei. Da sind die... Ich glaube Downloads wahrscheinlich, oder? Ne, pve musst du eingeben. Pve. Ach, pve. Ja, stimmt. Proxmox Virtual Environment. Und hier stehen jetzt diese ganzen Informationen drin für den Word Viewer. Den gibt es. Und Zertifikat, Geraffel, temporäres Passwort, was auch wirklich bloß ein einziges Mal funktioniert. Sobald ich da dieses Anzeigeprogramm dicht mache, ist das Passwort auch schon ungültig. Ach so. Also ich habe bloß einen Versuch. Und was ich sonst genommen habe, der Remote Viewer, den gibt es im Paket Word Viewer. Das ist auch sehr einfach. Ähm, dann gibt es hier für Remina eine Erweiterung, die habe ich jetzt installiert. Ich glaube noch nicht, ne? Ich glaube auch noch nicht, nee. Guck mal mal, ob das funktioniert. Also Search, du machst erst mal Search. So, und? Nicht S, T, G und W drücken. Hm, was für's? Ah, schau. W immer, finde ich gar nicht so häufig. Also damit löscht man das Wort, was links vom Cursor ist. Finde ich eigentlich nur total praktisch. Ah, ja cool. Musste ich auch noch nicht. Wieder was gelernt. Meine Güte. Das muss ich direkt mal anwenden hier. So, begonnen. Ja, cool. Steuerung, W. Wieder was gelernt. So, und haben wir jetzt hier Spice? Da haben wir jetzt Spice. Server, bitte mal. Aber ich will ja verhalten. Übergrund legen wahrscheinlich. Und dann selber ein Benutzer-Passwort. Das reicht doch schon, oder? Oder willst du ein CA-Kleinzertifikat hinzufügen? Also, der Witz an dem Ganzen ist ja, ich bekomme ja diese VV-Datei, wo ein Einmal-Passwort drin ist. Eigentlich möchte ich dem Ding jetzt ja auch das vorwerfen. Ich glaube, das darfst du selber einstellen, ja. Aber das gibt es hier nicht. Vielleicht gibt es doch irgendein zusätzliches Skript, was das macht, aber ja. Also, von daher doch wieder gehen. Aber das ist ja so ein bisschen Cheat, wenn du die VV-Datei von Proxmox nimmst, ne? Naja, also der legt ja ein temporäres Konto an. Das ist ja schon an sich ja ganz cool, aber ich glaube, was uns ja interessiert, wenn du einen Spice-Server hast, macht das Sinn? Oder willst du das eigentlich nicht? Also, das Problem an dem Spice-Protokoll ist, dass es sehr stark mit KVM und QEMO verbandelt ist. Ach, okay, nee, dann passt es. Dann passt es. Alles gut. Und man, also, wenn du jetzt KVM per Kommandozeile startest, wirst du wahrscheinlich den Spice-Server immer mit aktivieren können und dabei irgendwie sagen, das Passwort ist immer folgendes. Also, dass es statisch ist. Aber hierbei ist es wirklich so ein reines Wegwerf-Passwort dabei. Okay, nee, dann passt es. Dann ist es ja okay. Dann ist das ja okay. Hat irgendwie Vor- und Nachteil zugleich wieder, ne? So, was? 401. Was ist denn 401 nochmal? HTTP 401 haben wir Unauthorized. Achso, okay. Und dieser Viewer, da löscht das auch sofort hinterher. So, mal gucken. Vielleicht war ich auch zu langsam. Ja, wir waren wirklich zu langsam. Also, ja, cool. Das funktioniert ja dann, ne? Also, halbwegs ganz gut. Die Anwendungsmöglichkeit ist halt auch wieder so ein bisschen, hm. Naja. Aber würde ich von der Funktionalität wahrscheinlich so ähnlich wie bei NoVNC mit Proxmox beschreiben, oder? Einfachheit würde ich sagen, ein bisschen schwieriger. Ein bisschen schwieriger. Vor allen Dingen, wenn du es jeden Tag benutzen möchtest, natürlich. Ich glaube, da hast du dein Problem. Funktionalität nehmen wir mal, ja. Zwischenablage und so weiter hast du wahrscheinlich nicht, ne? Achso. Zwischenablage. Das kannst du mal checken. W wie weglöschen. Ist auch gut. Das ist wie weglöschen. Wie bei dem ich Control-W, ja. Sagen wir mal gucken. Geht. Das geht. Funktioniert. Sehr stark. Ja, das funktioniert. Also, eigentlich ist es eine ganz praktische Sache, aber in dem Proxmox-Universum ist es so gedacht, dass du dadurch Fernwartung machst. Also, genauso wie mit dem NoVNC, du kannst da mal kurz drauf gucken, aber es ist nicht dafür gedacht, dass du da wirklich so längere Bürositzungen mit machst. Ja, okay. Das heißt, was würdest du performancetechnisch geben? Wie fühlt sich das an? Ich finde, es sieht eigentlich ziemlich gut aus, oder? Würdest du es, in welchem Level willst du es beschreiben? Das ist gut. Ja, also es zieht leicht nach. Das heißt, geben wir mal insgesamt Performance so eine 7 oder so eine 6. Ist besser als XD-MCP oder schlechter? Ähm, Tick schlechter, würde ich sagen. Dann gibt es eine 5. Und eigentlich jetzt hier, das müsste eigentlich die Paradedisziplin sein. Hm. Für das, ähm. Auch immer die gleiche Werbung, witzigerweise, ne? Wieso sind die alle so rucklig bisher? Tja, ähm, also ihr müsst wissen, dass, ähm, Hauke und ich, äh, auch eine Remote-Verbindung sozusagen zueinander haben. Ähm, Hauke sitzt nicht im selben Raum und ich streame gerade. Von daher haben wir da sowieso immer eine Verzögerung drin. Das heißt, das ist sowieso verfälscht. Ähm, aber Hauke kann uns so sagen, wie rucklig das ist und so weiter. Ähm, so ein bisschen sieht man es schon raus, ne? Im Gegensatz zu den anderen nochmal. Aber es ruckelt alles ein bisschen. Das passt schon erstmal. Ähm, was würdest du sagen, wie ruckelig das ist? Also jetzt das Video, das, das ist echt super. Das geht, also siehst du es in, äh, gar keinen Verzögerung oder siehst du, siehst du schon ein paar Ruckler? Ähm, also das, das ist super flüssig insgesamt. Okay, also, dann ist das unsere Übertragung hier. Also wir sehen es natürlich wieder so in, ich glaube, einem FPS ist das. Ähm, oder zwei FPS. Ähm, aber bei ihm ist es total flüssig. Das ist natürlich an sich eine coole Sache. Aber gut, ich glaube, da, äh, gehen wir mal Performance vielleicht nochmal, ja, fünf, sechs. Hauen wir mal sechs. Ich glaube, das ist ganz fair. Vor allem, wenn wir das mit dem Menü sehen, ne? Ich nutze vorhin zehn normalen über Raspberry Pi. Da ist es nur ganz minimal mit Ruckeln. Ja, okay, gut, nicht schlecht. Ja, gut, dann haben wir das soweit, ne? Dann sind wir durch Spice durch. So, also, äh, das, das ist ja auch, ähm, eine Paradedisziplin von dem Spice. Ähm, darum habe ich ja auch diesen Agent nachinstalliert, der wohl irgendwie da versorgt, um rauszufinden, an welchen Stellen von dem virtuellen Monitor bewegt sich irgendwas schnell. Das wird dann nochmal gesondert irgendwie komprimiert. Das ist schon cool, ja. Im Gegensatz zu dem anderen. Also, X2Go, äh, oder das, ähm, X11-Protokoll, das kann sowas überhaupt nicht. Das ist relativ stupide. Und es kommt auch aus einer Zeit, wo an sowas überhaupt nicht zu denken war. Check. Gut. Haben wir sonst noch was eigentlich? Dann haben wir noch X-Pra. X-Pra. Einen haben wir noch. Einen haben wir noch. Der letzte. Der letzte. X-Pra. Genau. Ja, dann mal gespannt. Dann sind wir auch. Ja, sind wir überhaupt schon bei? X-Pra. Wir sind zwei Stunden schon dabei, ja. Meine Güte. X-Pra. Das ist ja... Ah, das ist X-Pra.org anscheinend. Ja, wir kommen bei X-Pra.org auf die GitHub-Seite. Und wir sehen sogar ein kleines Beispiel. Ist, wie der Name auch sagt, mit dem X-11-Protokoll verbunden, wenn man so möchte. Von daher schauen wir einfach mal, was wird. Du hast jetzt einmal X-Pra einfach so installiert, ne? Mit apt-install X-Pra. Das ist an sich erstmal entspannt. Dann schauen wir uns das doch gleich mal an. Das ist natürlich auch noch auf der Server-Seite drauf. Schwupp. Schwuppdiwupp. Auch X-Pra nur, ne? Mhm. Genau. Super easy. Wird auch noch weiterentwickelt. Vor drei Stunden der letzte Commit. Das Zeug ist... Und mit 1,8.000 Sternen... Ja, ist auf jeden Fall was, ne? Ist auf jeden Fall was. Und ist hauptsächlich in Python und CPython geschrieben. Auch interessant. Hätte ich so nicht gedacht, dass man solche Sachen auch in Python schreibt. Vor allem, weil Python ja eigentlich an sich nicht das performanteste ist, ne? Jedenfalls bei solchen Sachen hätte ich mir vorstellen können. Aber deswegen haben sie wahrscheinlich CPython, ne? Also das ist am Ende das Einbinden von den C-Bibliotheken vielleicht an den wichtigsten Sachen. Das kann schon gut sein. Genau. Ach, wie war denn das noch? Wie benutzt man das? Achso. Start, dessen... Ach, ich hab das ja damals vorbereitet. Du hast doch schon mal was vorbereitet. Pieren. Das ist doch gut. So. Jetzt war hier bloß noch hier die... Okay, wo X-Term starten, genau. Ich muss in die Richtung. Ja, ja, ja. Connected. SSH-Passwort. Also du authentifizierst dich auch über SSH. Das finde ich an sich ziemlich schick, bin ich ehrlich. Wir haben eine X-Message. X-Session unable to load, ne? Aber läuft. Perfekt. Und das sieht an sich ziemlich easy aus. Und sieht ein bisschen anders aus, oder? Im Gegensatz zu anderen Disktops. Kann das sein, dass das die Icons von deinem X-Org nutzt? Oder von deinem Desktop irgendwie? Nee, macht auch keinen Sinn, ne? Nee. Hm. Aber das benutzt ja auch... Also oben steht ja Meta-City. Sagt mir sogar was, ja. Das ist doch dieser Window-Manager, oder? Meta-City? Ja, das kann sein, dass ein anderer Window-Manager dadurch gestartet wird. Macht ja nix. Man sieht ja an sich erstmal nicht schlecht aus. Man sieht sogar schicker aus als die anderen. Okay, also das zieht wieder nach. Das zieht nach, okay. Ja, ja. Und mal gucken, was macht der Stream im Stream-Stream? Der Stream im Stream-Stream-Stream-Stream-Stream-Stream-Stream im Stream. Aber nicht aus dem Pool. Nee, nee. Das kommt später. Erst, wenn die ganzen jungen Leute im Bett sind, hat das Spaß. Ich nutze VNC normal über Raspberry Pi, genau. Minimal überruckeln hatten wir schon vorhin. Naja. Und jetzt gibt es Barfußschuhe, schau mal. Also die würde ich mir auf jeden Fall holen. So. So, und. Ruckeligkeit, ja? Vorhanden? Ist vorhanden auf jeden Fall, ja. Wobei, ehrlicherweise muss man ja auch sagen, es hat unterschiedliche Auflösungen. Also das XDMCP hatte eine kleine Auflösung insgesamt für den virtuellen Monitor. als das hier jetzt. Aber, äh, selbst dieser Bewegtbereich, der jetzt so groß ist. Eigentlich nicht so groß ist, ne? Hm. Also das. Also von daher, Performance-Technisch würde ich ihm mal eine 5 geben dann, ne? Also weniger als XDMCP. Ähm. Oder. Der Funktionalität funktioniert, Steuerung C, Steuerung V? Ähm. Ja, mal gucken. Ah. Ah, ist schon ein bisschen hakelig, ne? Bin ich ehrlich. Ja. Das ist schon hakelig. Also, boah, würde ich sogar fast auf eine 4 gehen. Geht. Also das funktioniert. Okay, also das funktioniert. Hm. Und mal 4 wieder. Oh. Und Einfachheit würde ich so 6 bis 7 geben, oder? Also ich musste jetzt, äh, also ich habe mir das extra rauskopiert mit dieser Kommandoteile, damit es schneller geht. bis ich da die, äh, die, mich durch dieses, äh, Programm durchgewühlt habe. Es würde ein bisschen dauern. Ich gucke jetzt gerade noch mal, ob man da, achso, hier, da, da kannst du auch noch festlegen, wie, äh, Bilder, achso, ah, genau, hier kannst du jetzt noch sagen, Codec. Okay, ja, sehr cool. Ob das? WebP ist an sich ziemlich cool, ich glaube, das braucht ein bisschen, ähm, ein bisschen viel CPU, WebP, aber an sich ist die Übertragungsqualität, glaube ich, eventuell besser. Also, für mich ruckelt es auf jeden Fall. Okay, aber ist es besser geworden oder schlechter? Das sehen wir natürlich jetzt nicht. Gefühlt würde ich jetzt sagen, Tick besser, aber dann baucht sich das auch mal auf. Hallo. Äh, dieses Menü, was da eigentlich hochkommen soll, wenn ich mit einem Rechtsklick drauf mache. Das kommt einmal, achso, okay, aber der Festteil, ach, egal. So, nochmal gucken hier, was kann ich da? Wenn ich jetzt als Gegenstück nochmal hier MPEG, ich nehme MPEG 1. So, da müsste man ja, okay, da müsste man also wirklich einen, äh, eigentlich einen, äh, ziemlich großen Qualitätsunterschied sehen, sieht man aber jetzt gar nicht. Hm. Wenn ich die Bandbreite einmal runterstelle. Ich bin verschwunden, weil du das eingestellt hast, wollte ich mal zeigen. Achso, ja. Hm, ja, ja. Aber wie man sieht, sieht man keine Änderungen. Wahrscheinlich muss man sich dafür einmal... Ja, ja gut, okay, also, nee, ich glaube schon, dass er die Änderungen sofort macht. Ähm, haben die anderen, ja, meine ich, auch gemacht in der Hinsicht, glaube ich, dass jetzt nicht so wild. Ich bin mir ziemlich sicher, sonst macht das ja wenig Sinn, wenn man das da einstellen kann, oder? Achso, okay, gut, ja, jetzt hätte ich die Sitzung auch dicht gemacht. Hm. Jetzt steht er hier wieder auf, achso, wieder auf Automatik. Also, es stellt sich schon in der Session um. Ja gut, aber, ähm, ich glaube, so viel ist dann da nicht mehr raufzuholen, ne, wahrscheinlich. Dann sind wir ja damit eigentlich durch. Ja, genau. Dann kann ich ja mal zur Auflösung kommen. Also, wir haben einmal, ähm, der letzte Platz ist sogar X-Pra, also, äh, Tide-V10, Tiger-VNC sind, ne, disqualifiziert, weil die haben wir einfach nicht zum Laufen bekommen. Ähm, auch mit ein bisschen hin und her probieren. Ähm, dann haben wir X-DM-CP und X-Pra auf dem gleichen Platz, ne. Ähm, dann kommt Spice mit No-VNC, Proxmox. Und dann kommt ziemlich gleich X2Go mit RDP. Das heißt, ich würde sagen, X2Go und RDP sind die ganz klaren Gewinner, ne. Und, ähm, ja. Ich bin sehr gespannt, was in der Hinsicht noch kommen wird. Vor allem, wenn wir in Richtung Wayline schauen. Weil, ähm, sowohl RDP als auch X2Go haben da viel zu tun. Ich glaube, RDP ein bisschen weniger als X2Go, wenn man so möchte. Aber trotzdem steht dann auch sehr, sehr viel bevor. Generell, wenn wir auf Funktionalität schauen, haben wir sogar RDP einen Punkt mehr gegeben. Ähm, dafür ist die Einfachheit, äh, so wie du es einrichtest, von X2Go sogar noch ein bisschen einfacher. Genau. Performance-technisch ist aber RDP ein Ticken vor. Aber die geben sich an sich nicht viel, würde ich mal sagen. Und ich glaube, das würde ich auch so in der Benutzung sehen, oder? Würdest du dem zustimmen oder würdest du sagen, nö, die Bepumpung ist jetzt in dem Fall komplett falsch? Ähm, doch, das kommt schon so hin. Also, es kommt ja auch immer sehr darauf an, welchen Client du am Ende verwendest. Also, mit dem Remina ging das ganz gut bei RDP. Das gibt ja auch die deutlich einfacheren X, ähm, XRDP-View oder was auch immer. Es kommt ja auch immer darauf an, was du vorhast, ne. Also, in der Kombination, wie wir es gesehen haben, äh, ist das eigentlich eine feine Sache. Ja, also von daher, ähm, würde ich einen Gewinner zwischen X2Go und RDP ausmachen? Ich würde, glaube ich, keinen Gewinner ausmachen, bin ich ehrlich. Ähm, beide haben ihre Vor- und Nachteile. Ich glaube, ich würde langfristig zu einem RDP weiterhin tendieren, als ein X2Go. Aber das ist vielleicht auch nur so persönliche Präferenz. Was würdest du sagen? Also, RDP hat ja den Vorteil, dass es prinzipiell unabhängig von dem Grafik-Stack drunter ist. X2Go ist ja mit X verbandelt. Und ich habe gerade nochmal geguckt, was ich auch vor einiger Zeit mal ausprobiert habe. Für, ähm, Rayland Plasma, also KDE im Rayland-Modus, gibt es auch einen RDP-Server. Ähm, da wollte ich, also, das war auch hier dieses Tablet, wo ich davon, äh, rüber streamen wollte. Also, ich wollte die, den Bildschirm streamen und bei mir eben im OBS einbauen. Und das habe ich da drüber versucht. Das war noch in einem relativ frühen Stadium. Das KADP, äh, mit Rayland und so weiter. Das ist mir auch mehrfach abgestürzt. Das hat nicht funktioniert. Und von daher ist es, also, es ist ein unabhängiges Protokoll. Ich denke mal, da wird sich noch eine Menge tun, dass das irgendwann auch wirklich stabil läuft. Beholfen habe ich mir dann letztendlich damit, dass ich über, über einen Browser den Bildschirm freigegeben habe, in Nextcloud Talk. Und dann habe ich auf meinem Aufnahmesystem wiederum einen Browser aufgemacht und, äh, das, das denn da reingepriemelt ins OBS. Also, war nicht schön, aber die einzige Variante, die zu dem Zeitpunkt funktioniert hat. Okay, ja. Also, KADP scheint da wirklich, äh, eine coole Sache zu sein. Ähm, was so noch nicht drin ist. Wir haben hier nochmal RDP auf Gnome mit Rayland. Was sagen die hier? Äh, dazu sind bisher allerdings einige manuelle Anpassungen nötig. Ähm, das sind jetzt für den Bereich freiger Bildschirm. Ähm, genau, also das kannst du den Gnome schon so relativ easy aktivieren. Ich weiß nicht, was die nutzen da drunter. Achso, das ist ja RDP. Äh, die haben ja auch, äh, VNC relativ gut eingebaut in die Oberfläche für den Server. Ich glaube, das funktioniert dann auch besser. Aber jetzt unsere, äh, VNC-Lösungen, die haben jetzt nicht so richtig gefruchtet. Jedenfalls nicht auf Anhieb, auch wenn wir da ein bisschen was rumprobiert haben. Und, äh, schon wenigstens ein bisschen vorbereitet haben. Ähm, SSL-Zertifikat, sowas in die Richtung. Ähm, das macht er hier mit... Das funktioniert an sich. An sich sieht das nicht so wild aus. Also eventuell, ähm, funktioniert das eigentlich auch schon ganz gut. Der Artikel ist schon ein bisschen älter, muss man sagen. Von 2021, ne? Ähm, aber so viel sehen wir da aber auch noch nicht, ne? Also, wenn das die Top-Suchergebnisse sind. Gut, ihr könnt es doch mal mit, äh, beispielsweise dem großen G probieren. Aber nicht mit großhabermann.de, sondern mit dem hier. Äh, das ist wirklich, eigentlich Marketing-technisch wirklich nicht schlecht gewählt, der Name. Ja, genau, ne? Als ob ich den Nachnamen jetzt irgendwie frei gewählt hätte. Ja, ja. Genau, so. Mein Name ist Google. Genau, da sehen wir jetzt ein bisschen... Scheiße, so. So richtig, so richtig viel ändert sich da nicht von den Suchergebnissen. Also, wir sehen jetzt keine neue Sache, ne? Von daher, ähm, ja, so viel ist da noch nicht. Aber eventuell ist das auch nochmal eine Idee, was wir dann mal machen würden. Äh, es gibt natürlich noch viel, viel mehr Remote-Desktop-Sachen. Wir müssen natürlich irgendwann mal den Schlussstrich ziehen. Wir sitzen hier schon seit über zwei Stunden da. Ähm, Apache Guacamole ist, glaube ich, nochmal sehr interessant. Ähm, auf was läuft das? Apache Guacamole. Aber das ist doch bloß erklärt dafür, oder? Ja, genau. Genau. Okay, kann RDP, VNC, ne? Oder SSH auch. Okay, gut. Also, ist am Ende, ne? Nutzt genau die gleichen Protokolle, die wir heute schon getestet haben. Eine andere Sache wären, ähm, Rust-Desk, Andy-Desk, Team-Viewer, die W-Service und so weiter. Das ist aber nochmal, ja, wie du schon sagtest, äh, ist vielleicht nochmal eine etwas andere Kategorie. Ähm, ist für viele Personen auch schon total ausreichend. Also, ich habe auch Kunden, die das, äh, standardmäßig nutzen. Ähm, auch so für den Alltag. Ähm, aber, ja, äh, geht halt nochmal über einen Dritten, sag ich mal, ne? Du kannst natürlich bei Rust-Desk hier ein eigenes Server einrichten. Das haben wir dann da auch gemacht. Das funktioniert tatsächlich ziemlich großartig, ähm, nach ein bisschen Einrichtung. Also, pja, also, wenn überhaupt, sehr, sehr wenig Einrichtung. Dann funktioniert das ohne Probleme. Das muss man schon gut heißen. Ähm, genau. Und von daher, da gibt es natürlich noch immer andere Sachen. Aber so diese Standard-klassischen Remote-Desktop-Protokolle unter Linux, die sind wir mal alle durchgegangen. Ähm, und, ja, das ist unser Endergebnis. Cool. Hast du sonst noch was, Hauke? Ähm, ja, eigentlich dann, äh, bloß noch, ähm, quasi Programmvorschau. Am Donnerstag wäre wieder Tuxflash mit, bist du dabei oder bist du nicht dabei? Ich bin nicht dabei. Ich bin nicht dabei. Dann unterhalten sich wiederum Micha aka Saint of Sinner und ich uns um, äh, über irgendwelche Linux- und Open-Source-Themen, die wir nicht vorher absprechen und, äh, ich hab auch noch nicht geguckt, was ich am Donnerstag denn auf meinen Zettel schreibe. Ja, und ansonsten nächsten Dienstag sind wir auf jeden Fall denn nochmal mit dabei, ne? Mit Gron, unserer Linux-App, ne? Damit, ähm, damit, äh, werden wir uns mit GTK-Programmierung nochmal auseinandersetzen, was, äh, mir eine Herzensangelegenheit ist und uns gar keine grauen Haare bereitet. Ähm, seid da auf jeden Fall gerne wieder mit dabei, ne? Ähm, ähm, genau. Im August werde ich auf jeden Fall eine Sommerpause machen. Ähm, da müssen wir mal schauen, inwiefern wir da das Livestream-Format am Dienstag weiterbehalten. Das wissen wir noch nicht zu 100 Prozent. Ähm, ansonsten geht es aber auf jeden Fall im September wieder weiter mit den Livestreams. Mit mir auf jeden Fall. Ähm, was wir im August ganz genau machen, eventuell tun wir das dann nochmal, ähm, anpassen. Das seht ihr alles im Livestream-Kalender auf linux-geiz.de-live. Da seht ihr tatsächlich auch was ohne Twitch und YouTube, wo wir auch unter anderem drauf sind. Ähm, und den könnt ihr euch natürlich auch abonnieren. Hier habt ihr den Link, könnt ihr in euren, in euer Kalenderprogramm einfügen, ähm, und dann bekommt ihr da auch immer die neuesten Updates mit. Genau, ähm, ansonsten wäre es das soweit gewesen. Ähm, schaut gerne bei Haukes Kanal vorbei. Nicht der weiße Letzter Schluss heißt er. Ähm, ähm, das ist auch ganz viel Linux, ähm, ein bisschen technischer, aber ganz viel Linux. Und, ähm, du hast hier Spam, Spam, Spam als neue Videos hochgeladen. Ähm, von daher schaut da unbedingt mal zu rein, wenn ihr eventuell nicht zugespampt werden wollt langfristig. Ähm, ähm, und, äh, was denn so dahinter ist, ja? Ja, also es ist so eine halb humorvolle Folge mit ernstem Hintergrund. Wenn man, ähm, ähm, naja, so Projekte betreibt für die Kilo Open Source und Linux Tage, da bekommt man natürlich eine Menge Krempel und es gibt so einige Charaktere, die einem, äh, halt gerne mal wieder schreiben. Das werden wahrscheinlich irgendwelche Bots sein. Den nigerianischen Prinz, der mag nicht sehr. Nee, nee, also der Boris und der Mike, die kommen beide in diesem Video vor. Ach. Die, äh, die haben was Unterschiedliches vor und der Boris, der macht eine sehr große Charaktere, äh, charakterliche Änderung. Also es ist durchaus interessant. Also der hat mich eigentlich überhaupt auf die ganze Sache, äh, gebracht. Das ist so, das ist so beknackt, da musst du ein Video zu machen. Ähm, ähm, naja, und dann sind auch, äh, ernsthaftere Dinge mit dabei, ne? Also nicht nur Spaß an Müll im Postfach, sondern, äh, ernst dahinter Gedanke dabei, ähm, klickt nicht auf jeden Mist drauf, überprüft Informationen lieber doppelt und dreifach. Darum geht's halt auch. Aber es ist auch eine Prise Humor mit dabei. Also so wie das Kochen mit KI, was ich mal gemacht habe. Ja, sehr schön. Lecker. Auf jeden Fall mal vorbeischauen und, äh, dann raiden wir jetzt auf Twitch einmal den Saint of Sinner, ein ganz, ganz guter Kollege von mir, äh, von uns beiden. Ähm, der ist auch am Donnerstag beim Podcast dabei und, ähm, genau. Ja, der spielt gerade Silver, ne, auf Linux und macht donnerstags meistens auch einen Linux-Livestream nochmal. Schaut da sehr gerne vorbei. Lasst da Liebe da. Ja, und das wäre es soweit gewesen zu diesem Livestream und wir sagen jetzt einen wunderschönen guten Abend. Danke, dass ihr mit dabei wart. Schreibt gern mal in die Kommentare, ähm, was so euer Lieblingsprotokoll ist, womit ihr am besten arbeitet. Haben wir hier vielleicht etwas noch gar nicht berücksichtigt. Dann ist da auf jeden Fall, ja, der richtige Zeitpunkt, das uns vielleicht nochmal zu schreiben. Denn ich freue mich da extrem auf das Feedback. Ja, macht es gut und, ähm, einen schönen Abend euch noch. Genau. Und tschüss. Ja, ich freue mich. Ja, ich freue mich.